viel lang die ganze Zeit einleitern äh was ist denn hier los mein Liveseen wird nicht angezeigt m ein wunderschönen guten Abend oder guten Tag meine lieben Damen und Herren ich bin jetzt live wieder mal für euch so ich bin heute mal ein böser kopf aber ein wirklich böser kopf in der p und ich bin das weibstück und ja wir brauchen eine frau also wer bewerbung kann jetzt im schritt gestattet werden wer mitzocken will wie sagt ich wir brauchen eine weibliche person als officer ok zwei zuschauer schon ihre geht raus so jetzt müssen wir uns erstmal anstellen noch einen wagen suchen ich hoffe der steht nicht draußen und ich hab die ja ich hab die kamera wieder mal falsch eingestellt man kennt's ich bin schon bei da wo ich guck mal auf die karte nein ich suche meinen eigenen ich fahr wieder mit ähm was ich gesagt habe ich muss bis gucken wo der ist ich verlass natürlich ach jawohl man kennt's ähm aber welcher wagen steht denn da jetzt da oben eigentlich ab entweder es ändert sich hier nächster zeit was ganz schleunigst aber es gibt ab ab ich glaube in der einstieg ja mal gucken da steht da nicht muss ein schwarzer sein jetzt muss ich erst mal gucken wo mein schönes auto abgeblieben ist ich hätte ja eigentlich bewusst ich würde eigentlich mit dem Ford Mustern fahren schöner schwarzer Ford Mustern mitgenommen weil wir sind die reichen Cops so ist man mal gucken wo die alle abgeblieben sind die uns erinnern und dann fahren wir hin Um Vollgas geht es da hin? Um Vollgas geht es um Vollgas. Ausglaubst du, was sie die ganze Zeit gemacht hat? Ja, mach's. Der Offizier steht hier. Einfach bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Geil, geht das schon wieder gut los hier. Echt geil, Alter. Ja, ich darf das. Ich bin Head-Officer. Wie gesagt, ich brauche immer Fahrzeugpapiere und Führerschein. Ja, brauche ich auch. Okay. Mach ich doch glatt. Äh, Nummernschutz. Ja, passt, glaube ich. Ich gucke mal kurz in die Zentrale nach. Hier mal mein Zentralrechner. So, Zentralrechner sagt, Nummernschutz passt. Personalweis weiß auch soweit alles. Sie dürfen dann von mir aus ganz gerne weiterfahren. Fahren Sie aber bitte vorsichtig und denken Sie bitte daran, an jeder gute Ampel bitte stehen bleiben, ja? Okay. Kollege, bitte mal rechts ranfahren. Kollege, bitte einmal rechts ranfahren, ja? Hm, okay. So, wir müssen uns in Dienst bis absprechen. Ähm, wem wollen Sie denn so kontrollieren heute? Kollegin. Ja, ich werde nur durch die Stadt gucken. Okay. Ich will rumfahren. Gut, ich fahr mal zum Casino hoch und werde mal eine Runde Rade drehen und dann treffen wir uns denn am besten in einem Casino an der Tankstelle? Mhm. Okay. Ach, scheiße, ich muss ja mein Navi noch machen. Ich ess wieder. Mhm. Ąera-fach, sch embelde. Wieги creier hecht oder stein? Ist dann dein Filme? Ja, ich肚ier glaube ich, ja ich habe schon mal gedaan. Wie geht es? Ich werde deinen Sen universalum. IrrschmIt! Wie geht es um Scottyn? Ich habe denél hearts dabei Business gewуйs感. Die Lust! sorry ich hab's eilig ich bin im dienst nein kleines sonntagsfahrer kleiner sonntagsfahrer warum gucken die leute nicht ins rückspiel so ein schmacko alter so leute ich weiß was sie ganz gerne liebt ja ja Wann soll ich denn draußen sein? Ja, könnte ich vielleicht hinkriegen. Okay. Ja, bis dann. Dann habe ich aber noch nicht gefrühstückt, sage ich dir gleich. Okay, also muss ich dann so gegen Neune da sein. Alles klar, weiß ich Bescheid. Okay, tschüss. So, ihr habt das gerade gesehen, als ich mit einer Hand gefahren bin? Hm, nein. Sollen wir noch am Casino? Ich bin gerade angekommen. Wenn ich mit einer Hand fahre, muss ich mit einer Hand fahre. Oh, wenn wir ihn wahrenkriegen, wäre es auch nicht schlecht. Mal nicht, wie ich hier rinspringen. So, was kriegen wir vor lauter Schreck. So, wenn wir mal den Officer sein Auto abholen. Hier geht's nicht. Simsalabim. Simsalabim. Simsalabim, Auto ist abgeholt. Aber ich kann auch immer noch an der falsche Ecke irgendwie. Ich muss noch mal kurz was gucken. Da ist er am Rissen. So, ich bin da am Casino, ja. So, ich suche mal die Tankstelle in der Nähe von der Casino. Da wollten wir uns da treffen. Ich glaube, die ist in der Stadt irgendwo, ne? Hm. Diese Fache. Ey, da rachst du einer gerade. Mhm. Hier ist ein Raser unterwegs. Okay. Einmal rechts ranfahren. Einmal rechts ranfahren. Sorry. Die lacht gerne, ne? Danke, bitte. Jetzt dürfen Sie mal bitte eine Rettungswahl. Rettungswahl anrufen. Auf ihre Kosten. Sie haben eine junge Dame um die Fahrt. Das ist die junge Dame. Das ist die junge Dame. Ja. 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 Das ist die junge Dame. Das ist die junge Dame. Das ist die junge Dame. Ja. Ich werde ihn bewerten einfach. Und das ist die junge Dame. Ja. Ich werde ihn mit dem die Front anziehen. Das ist die junge Dame. Bei mir ist gar nichts. Bei mir ist nichts. Bei mir ist gar nichts. Bei mir ist gar nichts. ja okay ich kann das noch mal mit dem officer und es ist eine bezahle ich aber den anderen schaden zahlen sie bitte ja und jetzt eine anzeige machen ich habe nur in die ecke raus aus dem fahrzeug raus aus dem fahrzeug dann ist eine Anhaltung die Bumden vor allem ich hätte mir ab Prozent die Menschen wir wollen immerhin da wischend ich bin kein guter Kopf ich bin ein löser Kopf ich mach mein Name schon wieder alle Ehren von 3 heute in die Werkstatt freundlich gibt es doch gar nicht so ich will sich in die Werkstatt fahren und ich mache nur eine Einzelnen Plattenreifen geschossen Darf ich nur noch steichen? Ich bin 33. Wie alt? Alter, wenn ihr wüsstet, wie der Controller hier gerade fuhr, wie durch den Plattenreifen. Ist abnormal. Dann mag ich die Platte nicht. Ja. Hast du dich aus dem Punkt gerufen? Von den Haaren her finde ich das irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Von den Haaren her sieht er irgendwie aus wie 40, 50. Das ist ein Meisterprober 2.0. Das ist besser als Neue. Das ist besser als Neue. Das ist besser als Neue. Ich habe bei Profeil als Profine geschrieben. Ich bin. Äh, das ist einfach so. Es ist einfach so zwischen 1 8 und 1 9. Mein Papa verdient mehr, haha. Ja. Na und? Zu dem werden wir mal kontrollieren fahren? Ja. Wie sieht das aus? Ja. 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 Das war so gut Wie jetzt, der Kollege, sag ich mal hier rauskommt. Ich sag mal so lange hier, nein, 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 sie sind schon mal raus, ab, wenn der Ổurelf, die mal kontrollieren wollen, wird mehr aborten werden ich hab doch noch ein Partner bei der einen der steht der Wettbewerb ältere Wettbewerb der Wettbewerbsteht und Eierhaar der Bewerbsteht und Eierhaar der Bewerbsteht und Eierhaar Nr. Garnis ein paar Malen wieder und wenigstens was zu machen noch und da hat sie sich das kann auch nicht einfach weil ich so erst mal richtig ein und dann machte so ein liebter ein und immer mehr ist nur steckern und die leute an da ist offen naja während dem Film ich war frisch gerade in Lackierei drinnen ja und hab schon wieder ein Kratzer wegen der Kratzer ich bin ja aufregend und ich halte die Umgebung ich bin lassen wir es nicht in Ordnung wo es waren wie es sein Auto war bei mir geht die Heizung leider nicht und ich muss die Heizung reparieren lassen im Auto in der Nähe links neben uns da kann man auch ganz offen und wir haben einen Mann er war ich habe mal ich habe auch weil er nicht gerade drin steht sie hat es aufgeschrieben wird jetzt nicht mehr weiterfahren ab der mann bestellt und ich bin nicht nur dass wir es gerade drin um einen Punkt doch Prozent nach das nicht denn sie nicht okay der Kollege kommt noch mit ich die Schreie und die in Späte noch mal beim Teil Ok, muss ich es nicht alleine machen, mir ist auch egal, ich habe es nicht gemacht. Guck mal, da rennt er, da rennt er, da rennt er. Ich hör mal jetzt ein. Alter, die NPC sind ja hier besoffen. So, eingesperrt. ... Galtung địhend zu werden! Das ist ja wichtig. Das war grün. In meinen Gedanken war das grün. Wie sieht das aus, macht die Karre dort gewissen. Der hat die Kaffe vor dem Fell. Ähm, der Officer. Ja, was ist denn? Er wollte nicht mit mir reden, also musste ich mir ein bisschen was gewertet. Sie sollen die Karre weg haben. Sie sollen mir jetzt so... Ich bin hier... Sie können weiterfahren. Gut, dass ich auch eine Kilo überrascht habe. Warum muss ausrichten da eine Mülltonne stehen? Ich verstehe das immer nicht. Ich bin mit Klonen stehen überall. Ahhhh... Ich bin mit Klonen. Wie kann ich das da? Hm? Nö, ich hab das mal aber irgendwie benutzt. Ich weiß es nicht, wie... Gehen Sie weg von der Kaffe. Da ist eine Bombe drin. Da ist eine Bombe drin. Gehen Sie weg. Verlassen Sie das Gebiet. Gehen Sie weg von der Kaffe. Da ist eine Bombe drin. Gehen Sie weg. Verlassen Sie das Gebiet. Gehen Sie weg von der Kaffe. Ja, ich hab die Feuerwehr schon auf dem Weg. Ich hab die Kamera geklaut. Ich hab die Stahl. Feuerwehr schon auf dem Weg. Ah, jetzt muss ich das auch... Ja. Ich hab die Pferde nicht mehr drauf. Na, hier hab ich mir nicht mehr drauf. Ich hab jetzt mal den Lieber, du sagst... Es geht mal kurz in Karate. Hier bis mal kurz in Karate. Nun, mir geht das nochmal die Stahl. Da fährt die Feuerwehr lang entgekriegend. Was? Ist das denn? Was? Halt die Freizeitik. Ja, wär schön. Was ist das? bei mir heißt ja was besser ich glaube ja jetzt auch und so fahrzeug ist wieder aufpassen gut den packen wir hier einfach mal ein ich bin ah, meine freien Fahrzeuge sind so gut keine Mutmacher nicht so war es bitte so ja danke sonntagsfahrer so bleiben sie bitte mal stehen ja ich müsste ganz kurz mal meine kollegin sprechen ich habe ein fahrzeug aufgeschrieben danke kollegin ich habe ein fahrzeug aufgeschrieben der mich gerade reingefahren ist es war ein sonntagsfahrer meine ganze linke seite hinten ist im arsch kennenzulernen er hat er sich in den sie war dabei steck mal kurz einiges kennzeichen das ist im ziel 234 über dem ankommen in vielen und die zelt die zielung X 3 4 5 TZ Y ich schätze ich schiebe auch mit ja wir machen gut also TZ Y 345 oder was so haben sie es wiederholen haben sie es ja wiederholen und nein ich kann mir sowas nicht merken sorry ja ok ich hab jetzt aufgeschrieben tz über ein treffchen ja gut das passt ja guckt euch das hier mal an alter wegen nur so ein sonntagsfahrer ist hier hinten bei mir alles im arsch die ganze hinter gut der kam frisch aus der lackiere also ich bin geht ja immer noch gut als lehrer anbieter hoch nähert er war ein Mann in der mit er weiß dass es bis ein paar er wohl verkehrt nun der mich auch noch falsch gemacht Wieso steht er jetzt hier auf der Straße? Hört sich ab, hört sich mal auf. Rot, grün. So, ich habe einen Termin bei der Raka gemacht. Ich muss jetzt ganz schnell hin. Oh, Motorrad ist meiner. Hi, Adri. Ich würde ihnen raten, erst mal das Gebiet zu verlassen. Sie wurden chemikal... äh, hoch exklusive Chemikalien gemeldet. Hoch exklusive Chemikalien. So, Wagen ist wieder heil. NGTV. Also, wie du mitmachen kannst, ähm, einfach... NettoTV, äh, kann er dir einfach eine FA-Frage schicken? Ah, ist jetzt gut? Ich weiß ja schon wie er lang ist, ich würde ja gar nicht wie lang fahren. Ach man. So. Und wenn die... Bin ich auf'm費 여기. phrössig haben, jetzt gehen wir langsam weg... Ja, gehen die doch sofort weg! Sie müssen Tucum Okeep. Gehen sie doch zurück, gehen sie doch Hö Hasta Road. gehen sie doch sofort weg. Gehen sie doch sofort weg. Gehen sie bitte. So, wo sind die denn... Sarabıs? So, wie sieht denn die denn? SNKAR um. Am Arsch. Stürz kann ich nicht aus der Karre ausziehen ich habe was da ist kommt schon es geht zu weit weg ist mit 3 zu 1 kommt die Schnelldruck er wird hier kommt brauchen einmal einen Rettungsdienst und eine Feuerwehr hierher besteht der Officer ist schon unterwegs ich muss jetzt kurz mal schnell mal dahin rasen es geht bei mir nicht um euch nur Unfälle die Feuerwehr ist unterwegs ich werde so ein schwerer Feuerwehr sein die sind da unten und ich bin jetzt um Prozent das war eng die Feuerwehr Officer gibt alles für seinen Einsatz äh wie gesagt die offizie schon da so was ist denn hier passiert bitte stehen bleiben ich bin in diesem ok warten sich hinterher netto tv ich weiß es eigentlich so wie normaler netto laden geschrieben wird so einfach nur die vorhanden gehen sie sofort weg kommt steigen sie bei mir ein ich bringe sie zum krankenhaus steigen sie ein bei mir hier ich bringe sie zum krankenwagen äh zu krankenhaus ja ich markieren sie einfach nicht wie schnell wollen sie da sein im flugmodus nicht warte war sie vielleicht auch die tür zu danke er hat ihm ein auto ging getreten alles in mein einsatz danke jetzt hat mein auto oder ketchup dran das gibt es ja wohl nicht wir sehen jetzt sofort aus dem wagen russ stehen bleiben rechts ran fahren aussteigen sofort aussteigen aussteigen so erinnert reihe jetzt kann sie das aber er ist es war um mal kann die machte wieder Ja, das war ja auch. Ach, wie die Bande ist das hier? Ja. Soll ich das nicht öffnen? Ja, wieder. Ja. Okay. Oh, fuck. Stefan, ich will nur essen. Ich muss essen. Okay. Bis später. Ja. Wow. Okay. Okay. Ich hatte es hier mit meinem Fahrzeug. Und noch einen bösen. Und noch einen bösen. So, ich gehe mal saufen mit dem Dienst. Ich war eine kleine Dienstpause mal. Wir fragten Jason, wo war dein erstes Kiss? Ist mir egal. Ich bin der Officer. Ich darf das. Bis auf dem Autofahren macht doch Spaß, wenn man Hühner jagen muss. Weiß ich nicht. So, gleich noch bitte noch mal einen Trink. Äh. Achso. Meiner bricht schon zusammen deswegen. Ich bin jetzt gelandet. Ach du Shit. Mann. Oh, Schade. Dann hätte jemanden haben er rein geschrieben. Oh, jetzt ist er da. Hi. Ich hoffe, er ist dumm hier auch noch rein kommt. ja leider funktioniert es bei mir nicht ich kann leider im moment noch nicht geht hier auf uns dann muss das was holen aber ich werde hier umgefahren ich weiß mängel aus dem weg da ich hab's eilig ich muss immer fast festnehmen er macht es ja ich auch am zimmer die da habe ich auch nicht immer immer etwas hinziehen brauche ich sie vielleicht ein zweistens wo ich mal nicht rauchen oder so so ist wenn ich aber mich hier an trinken ich will bis auf auto fahren als officer richtig er hat ein bisschen freiheiten genau ich habe mich eine kleine pause und muss mich mal ein bisschen stärken du bist umgekippt ich trinke ich trinke ich trinke paar schnäpse ich trinke einfach paar schnäpse und das schöne ist das auto ist ja eingepackt und es ist bisher keiner muss schieben ja 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 so und jetzt immer noch aber es greifen so richtig Du möchtest es nicht langsam verblüht. So, danke. So, der Officer ist jetzt ziemlich breit. Ich sollte jetzt mal meinen Dienstleer antreten. ja aber richtig böse so ich gebe jetzt hier mein Dienst an welcher zu kommen heißt das nicht das heißt der abgibt 14 15 rum was netto lati mein Boah, Alter, der ist doch besoffen. Alter, ich bin so breit, ich muss mal mal den Pulling hier rausziehen. Ich kann nicht rausziehen, Alter. Der hatte dich wert, wir sind nur Beifahrer einzusteigen. Oh, Alter, ich hab mir da raus nicht zugekriegt. Er läuft hier ein Kreis. Er läuft hier einfach mit dem Kreis. Jetzt bin ich durch dann. Oh, ich hab ja grünen, kann ich rausgehen. Ey, was macht der vor mir? Ich dachte, der will abbiegen. Alter, was ist denn Sonntagswahl? Bitte einmal rechts ranfahren, rechts ranfahren, rechts ranfahren. Aussteigen. Aber zacky. Was haben sie falsch gemacht? Bleiben sie stehen. Bleiben sie stehen. Bleiben sie stehen, hab ich gesagt. Na, warten sie mal. Ich hab ja noch ne andere Motule. Weiß ich noch nicht. Oh, jetzt hab ich zwar einen Stern, aber das musste sein. Der fährt einfach meine Kiste rein. Oh, shit! Fuck this! Holy cow! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! das geht sich aus netto wo bist du aber ich mache mal schnell selber durch aber immer ich muss ich sagen dass mannes meine du direkt rein die dita so bist du freundlich erstmal machen Senden m so wie ich jetzt mal drinnen so um die das soeben wo wir uns beizutreten ich kann ich nicht um beitreten also ich kann es nicht was der Landkreis und na ja dann muss ich auch schicken weil er sagt auch mit eigentlich deshalb was essen okay 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 und 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 Du hast ja diesen A305. Weil ich bin der Koch. Ne, na ja. Das passt so. Ja. Ich nehm sie. Das war ich gerade missverwürdig. Ein Bild. Ich würde die ganze Zeit mit dem Toll spielen. Hm? Ja, du kannst mitmachen. Ich will mit den RP. Dann muss man sich rein gucken. Hm? Hm? Hm. Hm? Nein. Hm? Hm? Hm. Ich hab dich... ...äh? Flieg raus, seid doch gleich! Ja. Ja, so 10.30. Mit der Butterfang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 sooo hier ist der Oficier, ja? das ist ich glaube das ist mal ein Rennen machen das wird mit auf YouTube ich komme ja ok, so kann man es auch machen 1, 2 und 3 ne ich bin jetzt unten mit der Bisse hoch scheiße das ist doch hingelaufen 2 Warte, warte ich guck mal kurz ja ich hab nur was gekriegt aber nicht von dir man hat einen Daumen drin, der Kreuzfahr? im Internet, ne nein, ich bin gar nicht gekriegt jetzt kam es an jetzt kam es an Hilfe! okay, wir müssen NettoTV helfen unser Rennen müssen wir leider etwas später erschienen ich glaube ich sind da oben ich receber es nicht so geflogen ich aber mache es nicht so geflogen wir müssen schneller ich glaube ich bin echt ein Körger ich hoffe ich mache es nicht ich kann sie nicht mehr ich bin echt nicht auf, ich bin echt nicht... ich bin echt nicht Cozy Ich mache meinen Job sehr ernst, mir scheiß ich gar wie die Kiste gleich aussieht. Da reich dich. Ich bin aber gleich da. Ich rutsche wieder. Ja. Ja. Ich bin schon da. Ja, ich springe aber doch. Da ist es. Wie dürft ihr mich alle dazu? Gut eingepackt. So kann man auch eingepacken. Ziehen Sie sich mal eine Waffe raus. So das Gebäude ist umgestellt. Ich habe die Waffe. Ich habe schon die Waffe. Ich habe schon die Waffe. Ich habe schon die Waffe. 8,9 Minuten können wir leider nicht auftreiben. Unsere Bank ist arm. Ja, das ist unbedingt nicht. Das ist unsere neue Ausbildung, ja. Wir dürfen ab sofort mich hin. Wir laufen. Ja. Wir würden ganz gerne den Helikopter bestellen für sie. Wenn du die Waffe wegst. Wollen wir mal die Waffe? Ja, das ist der Waffe. Aber ich bin schon. Ja, das ist der Waffe. Das ist der Waffe. Aber ich bin schon. Ja, das ist der Waffe. Das ist ja so eine andere Frage, ich war noch nicht ich wurde gerade überholt von ein gangster ja das ist die macht ich habe versucht den einen aufzuweiten den einen hat es gestoppt ja ich komme ich komme ich komme runter oh der pst Schubzeug Aua 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 Scream Oh Gott Komm los 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 wahrscheinlich kommt der jetzt nicht mehr mit einem Hand oder so ja ok ich muss sie fliegen noch Scheiße sie sind schon nur mit der Luft so ein Ärger Flieg raus Junge Flieg raus Ups Shit die Waffe ist leer komm ab nach Deutschland die Waffe ist auch leer die ist noch da aber sind schon zu weit weg Mist Hände auf Scheiße ich bin überhaupt Kollege können sie die Bane bitte verfolgen Nein Sie hätten sie weiter verfolgen müssen ich hab sie in den Flieger eigentlich stiegen ich konnte nichts mehr machen bei uns ist die irgendwie runter mir egal wie bei uns ist die irgendwie runter mir egal wie ich bin ich bin ich bin die müssen sie entscheiden ich bin die wir ich kann es ist hier rein die hause werde ihren kilometer hin und auf der karte kriegt sich einfach daher ich probiere mit dem auto hinterher zu kommen ich habe kein jet ich habe zwei langsame helikopter ein panzer unterstützung helikopter ich habe in der unterstützung helikopter wer ist rechts nein was ist das ja komm ich habe ich habe auch es ist er ist abgetreten und auch noch hier auf die Linie hier auf die Linie ach du hast schon markiert die Linie Junge! Macht Platz! So, ich hab ein Heli! Ok, jetzt drehen wir mal ne Runde. Hä? Million? Wir haben es nicht gewollt. Wäre schön, wenn wir noch welche bekommen, aber wir haben. Was? Einen Krälsch und er raucht schon? Was ist das für ein Heli? Ja, ich hab' die im Horst gesprungen. Ah, die ist? Ja. Ja, dann legt den hier auf. Ich muss doch mal gucken, wo die sind. Mhm. Ich seh' die gar nicht mehr auf der Karte. Ach, schrei nicht. Wenn du einmal diesen Scheiss prängeln gehst, dann machst du's. Was ist denn da irgendwie? Nein, ich bin da. Au, ich trenne! Ok, ich bin hier getarnt jetzt eigentlich. Ich bin übel getarnt. Ja, was machst du die ganze Zeit? Na, ich mach' ja eine Spur in das Haus dann. So die Hütte dann auch hochheben kann. Das ist kaputt. Und wie auch eine Spur in der Karte. Ja. Ja, dich so. Ja. Jetzt sind die Leute. Ich bin ca... Sie können uns aufhören, wir können nicht gestern. Ja, ich bin da. Ich bin da ja auch. Okay, warte. Ok 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 Na Eli, haltet durch! Bohe, bohe, bohe! Schick rein! Ok 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 Verbrennt schonmal die Ware Die Ware verbrennt schonmal 3 Kostmann dieses Jahr ich konnte es mal jemand der mich abholen kommt Prozent die Okay Coming at you. Okay, I got stuff to do He's coming with it He's coming with it Can we help you? Can we help you? Can we help you? Can we help you? Because we heard that you're on. I have to take a small pause. Because we heard that there's a bomb. So we can hit it in a moment and hit it. Well, it's not. I don't know. No problem I can't wait No problem Unfortunately not Can we help you? wie die sind die Bomben nicht hochgegangen sind mir laut wie soll ich da reinkommen ey warte achte ey geh mal weg das war jetzt auszusehen nicht mehr gemacht wo sind wir auf wo sind wir auf wo sind wir da wo sind wir auf wo sind wir auf die Officehaus sind da weg ja also ich bring die Hütte kann ich sie mal kurz antworten ich bin unterwegs nicht weil ich nicht fahre ich meine andere waren ist leider zerstört wohnen wieso leuchten denn hier noch ey bleib hier ist es doch schwer zu steuern als die andere hol mich schneller ja ja ich hab noch nicht drauf nee hier bin ich nicht hin aber wirklich gleich ich bin nicht mal weit weg an dem Punkt ich bin nicht 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 Joke, also ich kann jetzt runterlaufen. Ach, meine Hose ist gut. So. Polizei, stehen bleiben. Alle beide. Ich muss erst mal so, du hältst die Klappe hin. Äh, 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 wo ist ich denn jetzt? Sie sind... Genau, sie haben beide bei Raubüberfallen bei. Sie sind jetzt beide festgenommen. So, sie kommen mit schon mal nach oben. Die fahren zu meiner Basis sind. Ich mache gar nichts, ich trenne mich nicht von ihnen. Sie kommen mal bitte mit... Entweder mit ihm oder gar nicht. Sie, er kommt ja auch mit. Kommen sie bitte mit. Ab nach oben. Ich nehme die Frau mit, sie nehme den Kerl mit. Naja, bei der Dame würde ich, würde ich, äh, einen Monat machen. Dann fahr ich nicht. Ab da rein. 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 Es ist ja auch nicht mit. Ab da rein. So, ich weiß, wie wir sind wir hier auf dem... Ab da rein. Ab da rein. Ab da rein. Und dann ja auch mal drüber. haben wir an der Mama aber in der Markierung Weg damit sein in Main meine Sitzung weisch komm ver entities werdark betrachten wir das nicht ich fällt immer wieder ich bin ich bin Ich bin Ich bin Ich Ann 1 das können wir alle nicht sagen wir alles hinwunden schon scheiße wir schießen die Fahrt der gut und umgefallen Prozent 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 das auch gut der ist nicht nur er hat das Video aber wirklich mit ihm jetzt die Mauer äh wird man stehen ich war mit die Ecke weil ich will schon mit ihr wohl Schilden wiedergefühlen ich mache das Radio aus dem Köln nein es wird an das ist ein bisschen der Wahl ist eigentlich nicht schlecht man muss halt nur wissen wie man überfahren muss Schlechtes in diesem Kahn ich will kein auto geschenkt haben warte mal, ich zeig dir mal den wahren hier ich hab gesagt, ich hab kurz den wahren ich werde einsteigen ich werde einsteigen komm rein, komm rein äh, hielten officer einfach mal so rum, jawohl man kennt's ja, ich will ja rein, bleib doch mal stehen so, ich bin drin neć tut du weißt, guck solid das, sag ich kann nicht tudo ich gut du weißt, wie, wir machen ich werde um hier klein Nein! Ich schaffte ihn nicht so. Ah! Aua! Oh, die geheulte, die Schweine. Ich krieg meine Wünsche. Oh, ich muss jetzt nicht wissen. Ich bin ein bisschen langweilig. Oh, mein Gott. Oh, ich mache niciche. Das sind nur Falle. Danke, bleib. Das ist gut! Das ist gut! ich kann gerade auch nicht im wasserfall okay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein. Na, hier unten ist doch einer. Da brauchen wir erstmal Hilfe zum Abholen. Aua. Jakobs. Nicht gut. Oha. Genau er hat mein Kopf gelandet. Wer drin. Der muss da fahren. Komm mal raus. Ich dachte, meine Besucher in mich ist ja. Corti. Oh, ich kann kein letzter anrufen Wenn schon Boom Ich habe den Helikopter gelegt 3 2 1 2 1 2 1 2 Ach, Jemal! Ach, Jemal! Ach, Jemal! Das ist ja meinetig Angst! Lässt sie anrufen! Na, das Problem nicht! Jemal! Es sind mir hier so viele Bullen! In der Luft! Oh, in der Luft! Oh, in der Luft! Hey, gib mir mal was schnell zu trinken! So können wir hin... ...steigen... Ach, so will ich nicht laufen! Nein, weg! ...steigen... 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 Ja! Ach, so macht er nicht kommen! Habt ihr ja gesagt, er kackt ab! Weil es mir ja nicht glauben! Okay! Okay! Oh, Jemal! Kann grad nicht! Ach so! Mhm! So, wo bist du da? Ist ja geil! Hey! Du! 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 Ja, ich habe mich nicht mehr geholfen. Ja, was? Nein, ich brauch kein Fugzeug. Na, ich will dann mitfliegen. Aber komm, mir jetzt mal was. Schön großes. Ja. Aber nicht von mir. Na, guck, das ist perfekt. Ich weiß es nicht. Hallo Akbar. Nein. Nein. Ich hoffe, es fällt jetzt mal LKW. Ja. Ich mach dich schon. Ich will auch, und du willst nur dabei sein. Stefan, wartest du vor deinem Bunker? Ich bin schon weg von meinem Bunker. Sorry. Du bist nicht so weit weg. Dann bleib in der Richtung stehen. Ich mach mal kurz, mein Netto-Auto. Ich hole mein Netto-Mobil. Stefan, du bist... ...ein halben Kilometer entfernt. ...bleib stehen. ... 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 Ich kann nur aufhören. Ich kann nur aufhören. Oh mein Mann. Oh, wow, wow, wow. Ich bin nur mal da, ich steh nur da. So, ich brauche mein Fahrzeug raus. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nein, Fortnite nicht. Bei mir Moment heute. Stefan, ich will sie löschen. Ja, ich hoffe. Das war ich mir schon mal bei dir. So, ich warte mal noch. Leck der denn? Ach wer? Was steht denn hinter dir? Ey, das war lecker für die Ruhe. So, ich warte. Ja, ich will ihn mal kurz wieder fliegen. Nein! Das machst du nicht. Freck. Nein! 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 Was ist denn? Nein! Ja, was ist denn Kami? Nein! Hallo, Mann! Wittsack! Wo geht das Stefan? Ach ja? Ach ja? Da darf man noch nicht mehr drücken. Wie ist das denn? Ein schöner LKW wird zerkratzt. Das sind die Hobbies. Das kann Hobbies lösen. Soll ich alles. Willkommen, Gerwe. Aua. Ah, Scheiße. Die Wasserschlag, Hanisch, 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 Hanisch. Und tschüss. Ah, halt mich dran. Hm, danke. Strasse. Was? Oh. Kann man schon machen. Sie sind mit Kleidem. Inspektureral. Dort muss man alles falsch machen. Ja, ich bin. Das hat er nichtgekriegt. Das ist ein Zeichen, ich bin ein Zeichen, ich bin ein Zeichen. Ich bin ein Zeichen. ja dann schick auf macht einfach eine Sitzung einfach eine Sitzung Einladung 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 Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir Sorry dass gesetzte die Nachricht gesehen habe Xen doch nur Ich hatte heute früh ungefähr eine Million Habe ich aber alles wieder ausgegeben Ich habe seit paar Tagen zwei Millionen gehabt Okay Okay Wo sind die Fahrzeuge Die sind da irgendwo Ja Nein Ich bin schon mal im Fahrzeug So ich setze meine 6 Das kann ich hier nur 6 Okay kann ich mal 6 und ersetzen Oh Das ist nicht Ich nehme Es wird eine Neu Das ist nicht Es ist eine Ich habe mich noch gewählt habe ich doch gemacht ich bin der gewisse zivilwesen sorry Hilfe, ich fall hier runter, was ist denn hier los? Und eigentlich mein, äh, schwarzer Ausdruck. Ich glaube, ich weiß, was hier vielleicht passiert. Oh, 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 oh. Finde ich aber ganz gut so. Bei runterklicken ist doof. In der Box, da ist ein Kaktus. Pass auf. Eine Kaktus, laut meiner Englischlehrerin. So, wo muss ich jetzt, da hinten irgendwie rankommen, okay. Da muss ich schon wieder wenden. Nein, ich war runter. Ich bin gerade runtergestürzt. Oh, oh, oh. Aua. Nein, ich bin schon wieder. Meine Kiste ist voll einfach zu schwer. Wo soll ich hin, Alter? Oh, guck, 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 wenn das da ist, das gibt's doch gar nicht. ich will die Kurve fahren und er fährt wieder runter ich muss mal nicht rollen ja schön ich bin grad dran hab ich schon kapiert wo muss runter wo muss man jetzt hängen das ist deine ich muss hier rüber mein Wagen ist zu breit Gas 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 ey ich hab die Wagen jetzt gerade richtig perfekt Andy packt genau an der Wand Tag, wohin? komm fall auf den Dach tschüss tschüss ach bin ich auch ich verkackte die eine kranke ey ihr seid unter mir doch doch ich bin über euch juhu ich bin der Luft äh äh lol wo muss man hin ich fall runter von ganz unter Runden weißt du wo man hin muss Adrien das war die falsche Richtung wo ist der nächste Punkt da unten m 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 ich weiß nicht ich weiß nicht die Welt und wie nicht aber ich denke ich krieg dir nix alter wieder verfehlt knapp verfehlt ich wollte keine Fahrzeuge ja um es war so dass man Geld mit Nürnberg 1 3 Nrl sind die ganze Zeit diese Reifen wollen und nein nicht runterfallen ja wohl ich hab die Kiste gerade mal so gerettet ich lande auf irgendeiner Plattform ein wunderschönen guten Abend so und wo muss ich jetzt hin da wo ist ja mein nächster Punkt oh ne ne ich muss ja ganz nach unten so ein Dichserlei mir so ehrenlos ich bin echt los ich sehe den Punkt gerade nicht wo ist er jetzt wieder? ja ich hab den Punkt nicht mal mehr gesehen das war's das war's da ist er mir klar so dann würde ich sagen nehmen wir mal das hier ich bin ich noch gar nicht rum und diese Beschreibung ein Parcours ein Parcours in einer Box BTF ich bin ich bin wir haben vorher gespielt als ich weiß was du willst gerade von mir ich bin ich bin ich bin glaube ich ich bin cleanup blpo beant blpo 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 bl沒事 blpo blpo Prozent 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 aber auch damit nervt Nein nicht Mach Standort oder kein Kontakt. Mach Standort. Gut. Oh, das ist nicht viel umgepackt. Oh, ich kann tausend einsetzen. Jetzt habe ich meinen Wagen. Oh, Mann. Ich habe wieder ein paar Gästen X zu drücken. Ey, so ein Spackung. Lass mal ohne Rampen nachmelken. Ich habe schon so eine übelste Jelly in der Ferne. Nein. Ich muss sie. Oh. Nein. Schieb mich. Schieb mich. Schieb mich. Schieb mich. Da kommt gleich ein Besucher. Oh, ich habe es geschafft. Ey. Ich habe es lieber runter. Alter. Jetzt gibt es neue Anricht. Oh, oh. Ey. Ich will langsam vorsichtig machen. Nein, wenn ich runter, ich schieb's. For a fucking money. Die Junge. Du weg! Das gibt es eine Art, die ich helfe. Me, bei Toyota. Und tschüss. Schieb, Daddy. Ich kann mein Tobler nicht einsetzen. Nichts. Sie sind wieder Tobler, komm ruhig runter vom Erz. Oh. Äh, Leute. Ich habe gerade gut eingepackt. Aua. Hä, wo muss ich jetzt hin? Warum? Hast du gerade den Punkt? Nämlich die falsche Richtung, okay? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ähm. Oh, oh, oh yeah. Oh, oh oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh oh, oh. Ich bin mein Weg gefahren. Ach so. Nach nach oben. Oh, oh, oh. Bleib, bleib auf die Blatt, bleib auf die Blatt. Ja, geht doch. Oh. Wieso sollte ich denn warten? Du warst sonst auch über die Ehrlose. Mhm. Das Karma. Ich glaube Trevor und ich das Karma gekriegt. Ich mach. Oh. Ja, ich häng da. Ich häng da immer irgendwie. Ja, klar. Ich schaff's. Genau. Da ist ich mich in die Lücke zu kommen. Meister? Ich glaube das nicht. Ich schaff's denn wirklich. Ich hab's gar nicht mehr. Ich hab gar nicht mehr. Ich hab's gar nicht mehr. Ich komm da nicht hoch. Ja. Ja. Ich hab's geschafft. Ja, das war zu viel. Ich weiß es nicht. 55. 25. So, ich muss da irgendwie runterkommen, okay. Okay. Oh. 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 Jetzt muss ich überlegen. Ich hab den anderen Punkt, weiß ich nicht wo der ist. Mhm. Mhm. Na dann warten wir einfach und machen nur die Tritt an mir. Oh. Oh. Ich weiß nicht wo der andere Punkt ist. Na ja, warte auf. Ich hab schon. Oh. 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 Ich hab schon. Oh. Oh. Wo ist denn der Punkt? Ich sehe den nicht mal. Oh. Woh. Oh. Ich bin's wenigstens weit oben. Woh. Söder seine über mich an der Gäste ist nicht wahr ich hab verfehlt ich hab verfehlt ich hab noch nie ich hab noch nie ich hab noch nicht außen auf irgendeiner ganz klarer Punkt außerhalb der März immer noch in der ersten Oh Entschuldigung Ich hab noch nie Möge ja ja und ist einfach ja schon mal noch ein bisschen vermitteln wenn hier mal auf mich warten ja zweite Runde ich habe mich gerade geholt ja äh lol ich habe mich reingeflogen Stefan ist nicht rein ich bin nicht reingeflogen worden nein Stefan ist da und ich komme ich bin fast exklusiv ja ich klicke mal zu hoch ich komme nicht reingeflogen in die box warum komme ich nicht in die box reingeflogen geblieben um ein bisschen mehr anlaufen er will mich schon so wie alle auf die mögliche weiß ich komme ganz viel zufrieden nur nach oben ja jetzt komme ich in die box ja ne da frag mich wie zweite Runde Ich bin kaputt. Das war's. 9 er war in den Worten nicht kann man dann so ein Punkt habe ich mich erinnert Alter, uah. Wo ist es doch vor die Arbeit mit dem Wagen? Oh oh. Ich hab dich gleich eingeholt. Wo muss ich jetzt hin? Ich nicht. Ich muss gerade mal gucken, wo ich hin muss. Ach, da oben muss ich hin. Den haben wir auch. Darf ich euch selber als der Helfer sagen? Ich bin gleich wieder draußen aus der Box. Wo auch? Jetzt muss ich gucken, wie ich da wieder hochkomme. Nein, nicht runter. Ich sagte hoch. Dann auf die Plattform. Ich stell dich doch einfach mal schneller hin. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die wieder ans vernünftig kriege, ohne dass ich gleich daneben fahre. Also, ja, schon mal hält mal drauf. Ja, ja, ich hab hier gleich die Spiegel. Hm, ich bin nicht mehr drin. Hm. Das ist wahrscheinlich irgendwo an. Ja. Verbranntes Essen. Ja, mein ganzes. Das Plastik ist zu brauchen. Guck mal hin. 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 Ich muss, muss auf die scheiß Blatt von kommen. Irgendwie. Und ich bin so sagte, dass ich immer die Blatt von verliere. Guck mal hin. Guck mal hin. Guck mal hin. Guck mal hin. Ja, ja, ja. Ich bin so. Ich bin so. das gibt es doch gar nicht ich habe gewollt man nun die Lückerinnen zu fallen ganz ernährt genau wie eine Frau ein Fall ist er unterfallen und probiert ein ich kann ja auch mehr Gas geben die andere Plattform ist aufzukommen ich kann doch mehr Gas geben ja wenn ich mehr Gas gebe ich kann aber mehr Gas geben weil ich erst recht dran nehmen Null Ok danke für die Erlösung Kummalen, 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 Kummalen Kummalen, 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 Kummalen gerade mein Headset hier rausgekommen so warte mal ich suche jetzt mal was aus das was wir machen geht mal rüber auf die 1 ich geh nirgendwo drauf nein wie macht der Lamborghini wie macht der Lamborghini wie macht der Lamborghini wichelt der Lamborghini im Moment der Lamborghini Stefan, wie macht der AMG? Rums, Rums! Nein, der macht nix! Rums, Rums! Rums, Rums! Junge, so epileptischer Anfall, oder was? Rums, Rums, genau! Der vierten AMG über die Straße und Stefan steht an der Straße und seine Rums, Rums! Oh, die Rums, Junge! Rums, Rums! Ja, Junge! Äh, ich wurde rausgeschmissen! Nein, Mama, ich mach der AMG! Rums, Rums! Junge, geht also zu einem hin und meistens sagt, du mach mal Rums, Rums! It's on the way! Tschut, Tschut, macht der Lambo! Hey, danke, dass du mit Auto da oben respondt hast! Rums, Rums! Junge! Ja? Rums, Rums! Stefan, wie macht der AMG? Warte kurz... Rums, Rums! Junge! Prozent Prozent da steht meiner um die Bühne als gerne reinkommen Kürbisch gekämpft die Lieblingsdienste Rumsum Ich geh weg. Stefan, wie macht der Lavo? Lavo, Markus. Mit der Bugatti? Äh, warte. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm. Juuu. Genau. Juuu. Ich will von ihm auf Kappen halten, oder? Brrra, brrra, brrra. Mal gucken, ob er die Lackierung jetzt nehmen für den. Obwohl die eigentlich auch nice drauf sieht. Und so macht der AMG. Rums, rums. Äh. Ja, ich muss... Äh. Ich komm wieder. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Also wenn ich eine Dame wäre, würde ich ja das nehmen. Äh, äh. Prozent sie haben und ich möchte ja t Kuhn mal Jahrhundert drei Jahre hier in der Jahrhunderte zu haben Kühn ich liebte alle so kann ich in den beiden Jahren weil sie zwei Formlackierung auf den Rindkriegen also meiner hat 24 stunden offen mein Döner ich habe den Döner hat 24 Stunden offen und er hat den ganzen Tag also zwei Tage lang offen und seit immer eigentlich offen bis auf um 5 Euro macht er seine Reilungsarbeiten da hat er zu, ansonsten ist er immer offen Alter, dein Karri sieht böse aus ich habe eine Firma 1 Rennen, willst du mitmachen? ich habe eine Firma 1 Rennen ja ich halte dich mal mit ein kumbaya 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 ach ich kann dich nicht mal einladen man ist immer so schnell voll kumbaya 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 Kameras war in der 90er raus. Ich muss mal die CD suchen. Nein, auch nicht. Auch bitte keine Musik anspielen, die Likes spielen, bitte. Kriegt das Ärger. Achso, ja, tut mir leid, Leute. Ich... Warte, hab die Einstellung. Ist das richtig? Ja. Gib mal Kumbayane laut ein, äh, 2009. Oder so. Äh, 2009 sag ich schon nicht. 90er Jahre so in den Dreh. Nein, 90er Jahre. In den 90er Jahren kann ich raus. Wenn man diese Dom-TV raussuchen, dann kann ich das genau sagen. Ich kann nicht boosten. Oh, ich bin erster. Ja. Ja, in die 90er. Irgendwas. Ne, ist es nicht. Nein. Es muss mit Rockmusik sein. nein das ist jetzt mal morgens zusammensuchen wenn ich kein lechsten mache und sage ich dieses nein warte mal kurz ich bin mal ein bisschen vor ja das ist es das ist es okay das ist es das ist es ja das ist es komm mal ja komm mal ja ne leute oh shit ich habe mir kein Wort aber ich bin der erste die strecke liegt mir die strecke liegt mir ich fliege hier nur so durch die strecke liegt mir ich gar nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich habe nur noch ein paar Runden zu fahren und meine Reifen sehen noch richtig gut aus dafür. Ich bin aber 33. Ich bin 86 geboren. Nein. Das kam erst in den 90er Jahre auf den Markt. Also richtig auf den Markt. Früher gab es, ich glaube, ab der 70er Jahre gab es schon die ersten tragbaren Telefonen mit riesengroßen Akkus. Und wie gesagt, in den 90er kamen sie erst richtig auf den Markt. Ne, ich hatte als erstes Siemens. Dann hatte ich Nokia. Dann kam Motorola auf den Markt irgendwann. Ja. Ich meine, das ist die von Walden Siemens. Hat aber schon drin gehabt, Kamera und Bluetooth. Ich bin gleich in der letzten Runde. Mit einem riesen Vorsprung. Ich könnte ja eigentlich, ich könnte ja gemeinsam davon anhalten. Nein, ich sehe aber durch. Ich habe 1000, irgendwas wie 1000 eingesetzt. Ich war durch einmal an der Wuchs. Letzte Runde. Nein, ich sehe ich. Komaja. 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 ja ich bei profil maschinenführer bei profil maschinenführer naja wenn ihn zwischen 18 19 kann ich meckern als ja aber nicht immer welcher stecker ist man immer ein bisschen weniger ob ein laptop ist ja mal gekackt man kennt ja scheiß rambo stein der frisst jemand zu und dann fällt der laptop aus ja aber erstaunen dass er so lange durchgehalten hat normalerweise macht er das nach zwei stunden ne asus aber ich habe zu viel programme drauf ohne fest weil ich habe also voran drauf das macht das gruppe Ich kann nichts mehr aufrufen. Was? Ja? Der passt den. Ja, nein, 20. Nein, der 22 war 23. Wie? 22? Ja, 23. Was? Warte mal, ich muss mal kurz mal gucken. Momentchen, probierchen. Das war ja zuletzt gewesen, oder? Okay. Jetzt muss ich mal mal gucken. Ist das hier zuletzt gewesen? Was? Was? So wenig? Hier steht 0,44. Das Ende... ...der... ...die... LP. Hier? Ich kann sofort nicht sein, weil ich will jetzt... ...mal sofort auch leisten wie... ...Motzer Stern. Was? Eh. Momentchen, ich muss mal jetzt mal gucken hier. Dass jetzt alles läuft... ...instabilität. Ah! Welt hinein... ...Stock und gut... ...ist uns Mut. Oh, nein. Jetzt geht's ja los. Wie wir jetzt gegen China gehen würden. Welt hinein... ...Stock und gut... ...Stock und gut... In die ganze Welt hinein... ...Stock und gut... ...ist uns Mut. Jetzt muss ich mal was... ...stelle doch das... ...fass hier noch... ...dring klatschen. Was sind die Böse? Ding allein... ...in die ganze Welt hinein... So, wo war das denn hier? So, ihr seid mich hinstellen, jetzt stehe ich. Yeah! Ja! Hier! Da! Ach man, ey! Könnt du zwei Freunde einladen? So! Ey, was ist denn das immer? So, rein geknatscht, raus geknatscht. He? Man schön bleibt. So, eine wunderschöne Willkommen... ...natürlich in meinen... ...Livstream. Hier ist der Chris 65 Germany... ...und zwar werde ich das letzte LP... ...für euch... ...oder für meinen Community... ...Livstreamen. Ja... ...und heute seid ihr auch ganz schön dabei... ...hab ich ihr gehört, ja? Ja! Wunderbar! Dann geht's ja mal heute mal los! Oh, da habe ich ja wieder was bekommen! Dankeschön! Wunderbar! Ich habe immer einen kleinen... ...Trost von Rockstar Games... ...vielen Dank! Eine kleine Spende, ja? Ist angekommendiert? Also über Paypal... ...ist... ...definitiv... ...definitiv... ...nein! Wie viele Abonnenten ich habe? Ja... ...so wie Matsa Berlin... ...so ungefähr, oder? Äh... Ich habe 271 oder so... ...oder 72... ...keine Ahnung! Warum glaubst du meine Abonnenten, ja? Ich glaub keine! Doch! Glück doch nicht! Tja... Chris, 65 in Germany... ...oder Office? Wie Office? Von welchem Office redest du nach? Uff... Boah, habe ich jetzt noch lange nicht mehr gezockt, Alter! Verlacht! Ne, da ist ja mein Geländewang am Start! Ja, morgen! Soll ich mal hier... ...gängst hier ne... ...ja... ...soll ich jetzt die Sitzung aufmachen, oder seid ihr schon? Komm da einfach reingejoint! Ich bin gerade im Rennmodus... ...interwegs! Ach so, im Rennmodus? Ja, ich mach mal eins! Okay! Gut! Also Leute, zur Information! Wir können jetzt hier wohl alles machen, was... ...jeger da mit mir möchte, ja? In GTA Online, ja? Okay, auch die schon bringen! Ja, Schlussmitglieder lustig! Ja, ausnahmsweise auch! Okay! Sogar auch mit deinen Socken auch! Was meinst du, oder? Oder meinst du nicht? Chris in der Leeren, Chris in der Leeren, dreimal hoch! Ja, da kommt er wieder! Da kommt er wieder, meine Damen und Freunde! Hier der... ...Tashimushi am Start! Hehehehe! Chris Musi am Start heißt das jetzt, ja? Nicht Tashimushi! Ach doch! Tashimushi aus der Schublade, ne? Siehst du, zwei... ...zwei, drei Leute, schau dir bei dir jetzt sogar morgen! Da geht sich jetzt bei dir los! Aber ich höre gleich wäre ein bisschen nervig! Leute! Ist ein bisschen langweilig! Und mal ein bisschen Spannendes! Wie von Max! Weil da habe ich ja von Max eigentlich wohl, genau gesagt, geschaut, wie bei mir da Hoka-Fans wohl durch die Gegend schleuert können! Hoka-Fans! 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 Soos! Nein, jetzt nicht! Ich will ja noch was... ...besweitigen! Mhm! Na gut! Dann mache ich mal eine... ...Malschaftssitzung auf! ...eine Fingermacht! So... ...eine Elit hoch! ...eine Elit hoch! ...eine Elit hoch! noch eine Runde eine Runde, oder? ja, ich muss ja noch eine Runde fahren in der vorletzten Runde drin und ich bin immer der Erste wer schreibt denn hier bitteschön, wir zweimal von dem Matsan benehmen in den anderen Meistern äh, weiß ich nicht da wird er hier wirklich verwirrt sich hier ganz bestimmt ich war auch verwirrt als ob du verwirrt bist, hä? das ist ja sehr seltsam weil da gibt es jetzt zwei gleiche Moderatoren zwei gleiche Accounts das ist irgendwie komisch, muss ich mal sagen oh, ich hab ja auch nicht überlegt ich mach gleich dazu so Freunde so, die nicht ne, wo ist der letzte Runde Alter, ich krasse ihn nur so durch meine Reifen sehen immer der Topfit aus ne, die ganze Kiste so, und dann heute schon wieder ein Erster was ist denn nüt? können die alle keinen keinen Ton mehr Einfangen fahren? okay da bist du äh, so so, ja, grüßt es ihm gleich an wenn er hier ist, er flucht er ihm aus, ne? ja, ich mach bis ans Rennen zu Ende gut, dann machen wir das so, ich kann mal mal kurz mal gucken ob da ja wirklich oder mir noch online direkt so, ich bin so, ich bin und hinter mir kommt einer er war aber ziemlich weit weg noch Klingel-Wählchen nicht ein bisschen ja akkurse wenn du ja mit uns keine musik abspielen wieso denn das war es dir bezahlt oder wird ach du schweinkländer wieso hast du denn hier umsonsten bezahlt ja ich bezahle regelmäßig meine musik die ich eigentlich abspielen will eigentlich muss ich nicht bezahlen aber gut ich habe eigentlich wo ich jetzt gestern wo ihr meine stream macht sehr ausversehentlich aber sagen im spiel da copywriter aufgespielt er auf hör auf mit copywriter mit ein pass auf ich habe ja die g-mark bezahlt christen ich habe die g-mark bezahlt ich muss dir auch sagen Ist das wirklich so Copyright oder nicht? Ja, manchmal weißt du es nicht. Deswegen bezahle ich ja lieber immer. Und das Schlimme ist... 50 Euro pro Tag oder was? Nein. Ich bezahle jetzt weniger, weil ich da was abgeschlossen habe. Ich habe ein Abo abgeschlossen. Ja, ich habe dafür ein Abo abgeschlossen. Kannst du mich machen und bezahlst du ein bisschen weniger. Abo? Ja. Ein primäres Abo hast du dir abgeschlossen? Ja, habe ich. Das ist soweit. Aha. Ja. Das ist soweit. Jetzt kann ich denn, also wie gesagt, ich kaffte jetzt Musik abspielen. Ich darf auch Musik downloaden. Das ist kein Problem. Umsonst. Also nicht umsonst, weil ich eigentlich Monatatale habe, aber egal. Aber weißt du, was lustig ist? Ich habe gestern 18 Jahre Muckab gespielt, ne? In my Livestream. Bei Fortnite. Oder vorher ist es dann. Ander Tag. Jedenfalls kriege ich eine schöne E-Mail von YouTube. Ja, das ist Copyright. Wegen Uber-Härbeirechten müssen sie... Gibt es ein paar Länder damit Probleme. Ich so, okay. Danke. Hast du ein Foto? Dann kannst du mir auch noch schicken. Muss ich dir mal gucken. Aber wie ich es noch finde. Ich hoffe, ich habe es noch nicht gelöscht. Ich habe gestern wieder mein Postfach aufgeräumt. Weil es so viel war. Weil ich habe jetzt schon wieder unten zu stehen. Heute Morgen alles schon wieder aufgeräumt. Und das Spaner ist mir voll geklatscht. Naja, von... Ich stehe da in den Nachrichten von YouTube. Ja, alles dann hoch. Dann sag ich ja wohl. Das klatscht ja alles ja voll in die Nachrichten rein. Da ist er runter und mit das dabei. Was für ein Hund. So Chris, wo wollen wir uns treffen? Ja, ich bin... Kann man wohl sagen, vor der Tankstelle? Und wo bist du? Von welcher Tankstelle? Guck mal auf die Karte, wo ich bin. Bin am Arsch der Welt Bielefeld. Ach, da unten bist du. Ach, du meine Güte, da bist du. Ja. Ach, ich komme unter hier raus. Na gut. Soll ich jetzt irgendwo jetzt treffen, oder? Naja, ich komme schon zu dir. Kann man ein bisschen abgeben machen. Zu mir willst du? Ja, ich bin wieder der Officer. Officer Fuxi, oder was? Ja, ich habe extra eine goldene Küste. Eine goldene Sparrenkiste, oder? Ja. Ich heiße der Officer hat Geld, der ist reich. Ja, genau, als ob der Gear Officer hier auf Geld zu stich liegt. Ja, moin. Warum nicht? So, auf jeden Fall möchte ich mal kurz mal auch noch hier verlinken, ne? Mal ein bisschen. Dass die mal auch noch, ja, wieder bei mir vorbeischauen können. So. Fange ich mal hier an. Augenblick. Wollen wir mal kurz lesen. Okay, los. Na gut. Mach ich mal hier drin. Zack. Dann wissen die ihr. So. Äh, Chris, kannst du mal bitte kurz meinen Stream aufrufen und das letzte Szenario lesen ist nämlich abhängig. Keine Ahnung. Ja, gleich. Ich bin hier jetzt mal beschäftigt. Ja. Ja, hallo. Uh, netto. RP. Nichts. Nichts IP. Ja, sch effect. Excellent. Unwärts. Wie living. Byearity. Welche? Boch. Oh nee, es, ich das notice. Netto. Du musst mal rein, wie? die er so muss sie es war nicht übersetzen und die anderen auch nur wenn die Nachricht nicht nur noch ist ja da ist noch nicht nur schmeißen die Klinik ein Wurzelplatten zu dieser Stelle die Paprika sie haben die mir auch weit machen 5 diesen Punkt so ein Jahr und jetzt alle Ja. So. Ist es gleich da oder dauert es noch? Dauert noch ein bisschen. Okay. Gut. Ich hoffe man das kommt. Ich hätte ein paar kleine Rändler, ja? Du wirst nicht wundern, wie die Kiste aussieht. Okay. Sack. Ja. Hä? Aber die von mir. Nicht. Oh, warte. So, wie jetzt? Was? Hallo. Dei poils. Passierte. Schirche in France. Pola pelote ses collègues de la. Ja. Sind wir im Parachis oder was? Ja. Ich weiß es auch nicht. Okay. Okay. Dann muss man abonniert. Ja. Ja, der geht raus. Du musst abonnieren. Äh, ich habe mich gerade verpflanzt. Das kann doch ein bisschen länger dauern. Ja, was? Oh, hast du es? Nein. 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 Ja, warten Sie mal. Wenn es nicht geht, dann wissen Sie gerne. Warten mich. Ja. Danke. Was? Okey. Ja, warum nicht? Äh, probier mal deinen anderen Account, den Sion 2.0 Sion 2.0, äh, kriegst du sie unten Oder ist er hier oben? Ja... Ach so... Was wär war das? Alter, wo bist du denn? Alles klar, der fällt jetzt in Geisterfahrung Alles klar Oh, meine Männer Ich bin gleich da, Chris, guck mal auf die Karte, wo ich bin Na, ich seh's Ich will ja jetzt mal hier mein Link wieder aufrufen Alles klar, so sieht dir dein Streif aus Ja, mein Streif war heute Aha, alles klar Gut, jetzt fahr ich mal jetzt langsamer ran Das machen wir nicht Jetzt sieh sie mal raus Äh, ich wollt sie rausziehen Nee, nee Stehenbleiben, stehenbleiben, sie müssen rauskommen mal kurz Warum? Wieso denn? Soll ich meine Kleiderung mal beobachten Und sagen, ob die Karte so geht Ja, warte, 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 da muss ich mal in der Parken kurz, ja? Moment, stimmt Aber ohne mal waren wir der Ramm, ja? Naja, ich habe hier dieses Rückfahrkamerasystem Okay Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht Was? So, was denn jetzt? Geht meine Kleidung so, oder muss ich mich noch mal umziehen? Deine Kleidung, ja? Ja, das geht ja Das geht ja auch nur verwunderbar Gut, dann schauen wir mal rein Bauer, echt? Das ist ja gar nicht Das geht nicht Das geht nicht Ja, komm her, du musst herkommen, bitte Ja, komm her, du musst herkommen, bitte Warte Wie es gerade ausgesinert Wie es gerade ausgesinert Wie es gerade ausgesinert Ja, komm her Ach, nicht Du Mörder Nein, ich kopf sah mein Auto beschlackt Haha Haha Willst du bei mir einsteigen? Äh, warte mal, jetzt muss ich ja mal gucken, wo du bist Äh, Chris Ich bin wieder am Arsch der Welt gesprungen Ich hab nichts gemacht, Leute Alter Alter Die schießen die Hilfe Die Hilfe Die Hilfe Lass mich einsteigen 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 Warte mal Ich bring mich schnell zu meinem Wagen Ah Fuck Äh 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 Ach du bist auch tot, okay Hey Habe sie Bäh Ja, wegen Wo ist die Kopf? Ich kann nicht fahren mit der Piste Hahaha Ja, du ekelst dafür, wo wir fahren Ne Ah, Chris Ist doch wieder Gemein Was denn? Nein, du musst ja gemein Du willst ja wirklich hier in den Sand hier stecken Ja Doch mal Chris, sag dir mal ein Ja, bitte warten sie Bring jetzt mal zu meinem Auto und ich kann es gemein an Warum kannst du denn nicht? Warum kannst du denn nicht? Weil bei mir backst du dich Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht beides machen Noch einmal Ich kann nicht beides machen Warte kurz Warte kurz Erwick mich erstmal zum Auto hin Ich bin kein Dittenfisch, hallo Halt, stopp Christian Also eigentlich Chris Nee, Jesus Christus Mensch, was Ich kann nicht mal meine Folgen hier auf Ey, mit Autotür offen, jawohl Hier auf Oh, stiefen Schwanzkopf Ja, was Ich kann nicht mal die Fahrzeuge reparieren Dann fahr ich hier nicht rum Als ob es auf Ja, dann geh mal hier am besten zu Karglas Karglas repariert Karglas tauscht aus Ja, was ist es, du? Pass auf, aber dahinter ist ja der Masselebnis, ne? Der neue Mitarbeiter von Karglas, ne? Oh, wo bin ich denn eigentlich irgendwo? Da! Dann ist das das kürzeste Karglas repariert Klarglas tauscht aus Ja, was? Wie, Stefan? Inhalieren? Tschüss Okay Tschüss Okay Meine Scheiben sind am Marsch Kann jemand hier meine Scheiben austauschen? Dankeschön Ich glaube Ich glaube die hier Olaf Macht das Manni 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 Wo bist du? Was soll Manni? Manni Du musst ja eine andere sagen Ich wollte eigentlich meine Kiste reparieren Noodlich Wappen kaufen Sienam Hans Was ist denn dall? Geht's los? Ja, wenn wir in der Karage... Ja, wir füten hier mit dem Motorrad... Fahrglas repariert, Fahrglas taucht aus... Nix ist unmöglich, Maceres! Was redest du da? Hä? Da bist du im falschen... Da bist du im falschen Film, mein Lieber, ne? Nö, ich hab einfach... Nix ist unmöglich, Toyota! Ich weiß es! Genau! Und warum sagst du hier mit Mercedes? Ach, weil manchmal ist Mercedes fast! Ja, weiß nicht, wo ist! Hi! Fahrglas taucht aus! Na, gefällt dir das? Gefällt dir das, was ich habe? Ja, findest du ganz gut? Deine Rolex? Ja, richtig gut! So, ich bräuchte noch einen Officer! Ja, sehr gut! Ach, du bist ja auch mit mir, ja? Noch eine Faden? Ja! Also, ich bin der Kommunikation über Microsoft Windows aus Berlin Spandau! Das war aber nicht! Ich? Also, wenn sie möchten, können sie ihn gerne machen! Wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft, ne? Oh ne! Hier ist 1 zu 1! Sie sind verbunden mit 1 zu 1! Der nächste Mitte Freiarbeiter Mitarbeiter wird jetzt gleich freigestellt! Oh ne! Hier ist Zvodafone! Sie haben einen freien Mitarbeiter erreicht! Nur dieser ist leider auch so wette! Oh nein! Stefan, soll ich jetzt kommen mit der Ibi-Ea-Pizza-Reher-Vella-Pistazie? Nein! Oder, ja, hier ist Truppelmann! Ey, was macht der denn? Der hat mich überholt! Leider sind alle Züge auf dem Gleis. Will ich überholt? Es gibt keine freien Mitarbeiter für diesen Dienst! Ist das? heute gibt es noch viel sprüche die man machen könnte ja zum beispiel ja das alphazentrum in windows rechten zu vor ort in mainz sie sprechen mit johann paul hof man kann ich ihnen in ein zwei jahren erst sie waren doch in der warteschleifung gewesen ich bin sehr gut verpflichtet haben sie mit meinen innen das probieren Prozent jahre in der Hälfte zum Beispiel der rechter Neufahrung fahre ich weiß nicht ich weiß aber nicht warum die aber es ist nicht so ist daran Stefan, Stefan, ich hatte mal eine Schule für euch, ne? Und der wollte mich antworten, hier Polizei zu komfortieren. Äh, hier ist eure Lieblingsbahn, die BVG. Warte mal, kann ich, soll ich? Leider haben wir im Moment keine freien Mitarbeiter. Warte mal, kann ich hier mal euch mal hier abspielen? Eine freie Mitarbeiter sind auf der Gleise. Warte mal, wo ist jetzt hier? Wo ich hier, hier. Bleiben Sie mal bitte stehen, ich muss bei Ihrem Motorrad überprüfen. Packen Sie mal bitte hier und weinen. Einmal bitte Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Okay. Ups, das war ein Alter. Okay, das passt. Ich bin Ärzte-Fan, ja, warum? Hier, hier, hier. Nein, eigentlich nicht, warum? Sie sprechen mit Teamleiter John Paulow. Womit kann man... Oh, das ist... Wie schön. Ich glaube, die Frau Merck-Kahler wollte Sie sprechen. Ich stehe mal über den ersten Moment, bitte. Sie waren doch jetzt bei uns in der Warteschleife oder sich das... Na ja, also wenn von unserem Apparat... Also wenn, wir haben ja mehrere Apparaten... Alles passt, Sie können weiterfahren. Achso, äh, Sie haben einen Reifen, der leider zu alt ist. Und zwar der Hinterreifen. Geh mal. Der ist sechs Jahre alt, Sie müssen Sie mal wieder erneuern lassen, ja? Okay. Ah, Lagen-Kahler, hallo. Geh mal. Das Alpha-Zentrum für Windows-Support ist mein... Sie sprechen mit Teamleiter John Paulow. Womit kann ich Ihnen... Äh, habe ich Sie angerufen? Äh, Sie waren doch jetzt bei uns in der Warteschleife. Geh mal. Na ja, ich höre schon. Äh, eigentlich nicht. Also, äh... Also hat es Sie um einen Rückruf gebeten? Hatten Sie ein Problem mit Ihrem Windows-Rechner? Nee, ich hatte, ähm, es ist, äh, mit dem, ähm... Ich hatte schon ein Servicezentrum, äh, nee, hatte ich nicht ein Problem mit Windows-Rechner. Aber vielleicht hat, äh, es kann nicht sein, ähm, dass der, äh, dass der IT, äh, äh, ein Apparaten hat. Dann hat jemand einen Apparaten-Rechner, um Apparaten-Ausland. Jetzt bitte... Ah, nee, jetzt muss ich... Ich habe kein Blaulicht, Alter. Ja, lass es die Schule, die Schule machen. Ja, weil die Schule, weil ich... Äh, ich möchte noch einen zweiten Einsatzwagen. Ich verfolge hier ein flüchteres Motorrad. Einsatzzentrale, bitte kommen! Hör mal. Hör mal. Jetzt kommt das Abzogel. Ähm, 17,54 Euro. So, wir brauchen... ...noch, wir brauchen... ...hör mal. Ich bin jetzt gar nicht, äh, ich hab' gar nicht... ...gann. Ich hab' ich... ...wollte denn nicht guter. Das ist gerade sehr immer das Problem, ihr habt, äh, bis tot. Wenn Sie einfach stattdessen... ...infinde, bitte... ... mit der Einfach-Ihr-Drastatur. Ja, nein, danke schön. Anruf wurde gezählt. Abrufung, mit der Ligf-Rechner. Ich bin aber zufrieden. Einfach nicht zufrieden. Ich bin stehen bleiben. Rechtsanwahn. die 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 ich glaube ich dass man sie nein die Einfragen ich kümmer mich drum ich bin auch besser gehen sie mal weg da Ja, ich glaub Ihnen das nicht. Sie sind festgenommen. Sie sind festgenommen. Hatte sich das Problem vielleicht zwischenzeitlich erledigt, dann sagen Sie es doch. Lieber einen Anruf zu viel als zu wenig, hier ist doch gar kein Ding. Ich weiß gar nicht, was hier, sagen wir mal, wollen Sie mich verarschen? Ist das hier eine versteckte Kamera? Irgendwann versteckt eine Kamera. Sie kommen und sagen, Sie wollen 15 Euro, um was abzuhören, haben Sie das? Nein. Ich verstehe. Ich habe Sie nicht anrufen und sagen Ihnen doch mal, Sie wollen mir irgendwelches Geld absuchen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, ich habe Sie nicht anrufen. Und Sie kommen und suchen Sie nicht an und sagen, Sie wollen irgendwas abzuhören, um was abzuhören. Schau mal, Leicester an, bitte. Was, was, was fischen Sie jetzt los? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich sage, die sind immer noch nicht weiterreisen, anzuschauen. Ich weiß noch, wofür wollen Sie denn was abrechnen? Ich verstehe nicht, wofür Sie was abrechnen wollen, was gar nichts abzurechnen ist. Sie haben ja gar nichts gemacht. Wofür wollen Sie denn jetzt mir eine Rechnung stellen? Ich sage gar nicht anrufen. Nein. Nein. Nein, ich kenne das Problem. Ich hoffe, Michael ist auch hier angekündigt. Verstehe ich es? Das hier, oder? Ja, das macht eh nicht jetzt. Ich verstehe es nicht. Dann verstehen Sie es halt nicht. Und wenn Sie das abzuhören, Sie sich mit dem Thema weiterhalten und mich dafür erkundigen, ob das hier irgendwie, ob Sie versuchen, hier illegal an Geld anzukommen. Ich denke, es ist auch nicht. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Weißt du mal eine Einsatzzentrale? Was ich da machen kann? Weißt du mal eine Einsatzzentrale? Ich bin nicht der Meinung, dass Sie mir irgendwas Geld hier von der Schule abgeben. 2,5 Euro. Ich bin nicht der Meinung, dass Sie mir irgendwas Geld hier von der Schule abgeben. Jawohl. Ich hätte mal die... Weiß ich nicht. Aber was ist mit den Beatsen? Nein. Doch. Ja, stimmt. Die Beatsen kommen eh verspäten. Ah, Motorrad. Ich habe eine Motorrad. Weißt du mal. Ja. Warum wohl? Sie müssen sich immer um Autos herbeidrängen. Ja, ich heiße auch nicht. Du fällst ihm echt ernsthaft gewollt. Nein, das war ich ernsthaft nicht. Das war ich nur hier. Du fällst ihm echt ernsthaft gewollt. Aber ich weiß es einfach mal, weißt du, immer wenn du stehst, im Stau oder sonst wo, die müssen sich immer an dir vorbeidrängen. Hier. Ja, ich stimme jetzt, wo es als einer meinen Spiegel abgefallen ist. Er hat. Und was, wenn du der Computer stiffert? Nein. Nein. Ja, hier Hosenträter, Gunnag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Ich habe kein Computer bestellt. Ich bin, äh, jetzt bin der Herr Schneider verbunden. Der Computer. Den würde ich gerne wieder zurückgeben. Ich habe kein Computer bestellt. Ich habe kein Computer bestellt. Sie sind hier vom Elf Wald. Keine Ahnung. Ich habe nur noch diese Telefone. Herr Schneider, ja, ist aber nicht meine Nummer. Ich bin hier ein. Meine Nummer, meine Rufnummer, ich bin der Herr Schneider. Sie sind hier frei, die Sie sitzen. Ja. Und mit wenig auch. Ich habe eine große Sache. Nehmen Sie den doch einfach wieder zurück. Doch, Chris hat bei mir den Joke gemacht. Ja. Ich habe keinen Rechner. Ich habe keinen Rechner. Weiterhin bestellt. Und schönen Tag. Das war ich fertig. Also ich finde, Sie könnten jetzt ruhig dazustehen. Das war ich schon weg. Ja, Stefan. Das war zu ihr. Dann schicke ich Ihnen den Argumentar. So, komm, Sie setzen sich mal hier auf meinen schönen Sofa hin. Und da hat mich im Hintergrund gelacht, Alter. Richtig, ey, einfach mal. Schön hinsetzen. Nein, kein Bon rauchen. Alter, raucht er hier einfach mal an Bon. Ey, was ist denn das hier? Ey, dafür müsste ich... Dafür müsste ich Sie eigentlich festnehmen. Das ist mein Bon. Wow. Komm mal, ich kann mich hier hinsetzen. Sie können nicht noch die andere Ecke setzen. Alter, das gibt es nicht. So, Sie sind festgenommen wegen einmal mein Bon rauchen. Zweiten haben Sie einen fiesenunfall gebaut. Ihr Führerschein ist für drei Jahre weg. Und Sie müssen... Nein, drei Jahre. Tschüss. Und Sie müssen leider, jetzt halten Sie sich fest, eine Milliarde Euro zahlen. Alter, so ist das hier diese Stadt so. Oh, ich brauche mal Hilfe. Weiß ich auch nicht. Ich bin nicht draußen. So, jetzt mich aber im Bösen wagen. Leute, jetzt kommt ein Böser wagen. Ich will euch mal mal was überraschen. Sogar dich, ne? Stefan. Mich kann man nicht überraschen. Doch. Mit diesen komischen... Ah, shit, ich muss nur noch Fahrzeug kaufen, hätte man gerade ein... Bist du... Da fällt mir aber früh auf, weiß so. Ähm... Ist die Frage, ist der hier drin oder ist der Wandel? Ja, das ist der hier drin. Ich will nämlich... Äh, kann man PZ-O-Tos kaufen? Hat Cox's als PZ-O-Tos drinnen? Ja. Ne, ich will kein Klon, ich will mir mein eigenes Fahrzeug bauen. Geht nicht. Ach, zum Ergang immer auf die Armee links. Oder du nimmst hier im Modmini daraus an. Zum Schumfahrzeug weiter mal. Äh, was machen Sie denn? Oh. Oh ja. Ich kann ja auch immer noch nicht kaufen, auch wenn da jetzt günstiger geworden ist, so ein Ärger. Ey, was machen. All, stopp. Eh, NU. Eh, NU. Eh, NU. Eh, NU. Eh, NU. Eh, NU. Ich lege meine Fahrzeug, ja? Ey. ich habe für euch jetzt eine idee gemacht und die Künftige die der Warten um das was mit drei wirklich acht drei Millionen kostet ja wo es uns mit reingelesen der Rennwagen ja ich mache jetzt 4 Millionen drauf ja ich mach's auf mein Konto jetzt mal 4 Millionen drauf sieht doch keiner ja hallo einmal angekommen zweimal dreimal nein du musst raus so soll sich am Internet aufrufen nein du musst raus ja aber mit Erlaubnis von deinen Eltern also bitte ja es nicht wird ohne Erlaubnis von ja ja siehst du und du musst dir einen Schlampfen geben also Tschüssi Kowski nein ey jetzt geht's warum gehst du weg warum gehst du weg dein Fahrzeug ist bestellt und hab noch noch eine Million übrig also es reicht vielleicht gerade so zum Tunen oh Gott schützt gesetzt die kinder nicht das erklärt doch gerade oh halli hallo ja ja der hat keine respekt vor laufend sein der weg einfach mal rein ja mach das lieber ja Mensch Herr Schneider, das geht ja wohl nicht, ne? die Eltern hier mit den kleinen Kindern zu socken leunt sich nicht so wie die NettoDV dann ab zu Netto ja? so, ich krieg da mal ne Runde ja, ich krieg die Runde ich krieg die Runde ja, den kenn ich doch aber warte mal, ich komm gleich mal wieder zu euch, ich muss dann schnell mal was machen ich hab ja nicht ansonsten mit dem Fahrzeug geholt hast du so schnell was machen? keine Ahnung was willst du denn von mir? ja 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 das mit und 800 und ich das Bild die Gruppe biologische hier es ist ja nicht aufgefallen der Fall ist jetzt drin und die Kümmern nicht mein Fahrzeug ja der Wunder so was muss ich gucken wo der steht hier und ich glaube jetzt mein Fahrzeug nicht verlassen noch mal die Werkstatt anklicken auch ich bin schon wieder so fertig mal schnittet auf und tschüss na gut ich bin mir auch schon seit drei Stunden man darf es nicht vergessen weißt du strengst schon seit vor drei Stunden seit drei Stunden bin ich schon ja tschuss aber das ist tschuss tschuss jes tschuss 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 da ist der hier drin warum steht der Pfad und steht die Kupsi er da mein Fahrzeug ist nicht da was ich bestellt habe wiiiii die ich meine sie verpflichtet er nicht alles bestellen muss was in den nackt klub Achtung, Bombe! Achtung, Chris! Das gibt's nicht! Achtung, Taschenmuschis! Dann darf ich ihn... Das ist ein Platz frei! So, jetzt schwing ich mal... Aber der Faser steht nicht da! Warten wir jetzt nicht schmissen. So viel Garage, ich bin nicht alle anfangen, brauche ich mindestens eine Stunde, um da hinzukommen, ey. Und zu wissen, mit Fahrzeug ist. Ich werde hier eine bestimmte Stunde zu 10, 20 Minuten brauchen, wenn ich ein Fahrzeug gefunden habe. Ups! Ups! Was? Du pupsst, oder was? Ups! Das war ich nicht. Das war der Rötiger gewesen. Da müsste Formel 1 Wagen über so weit stehen, ne? Weißt du, hast du eine Formel 1 Wagen? Ja, ich habe Formel 1 Wagen. Ja, ich habe Formel 1 Wagen. Ja, guck mal, wie der ist. Ich gehe da, so schnell wie ich kann. Okay, ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich weiss, wo der Wagen steht. Kann man machen. Oh, ich habe schon zwei Sterne hier. Oh, ich habe schon eine Beleidigung. Oh. Im Swim. Nicht aufmziehen. Aufmziehen. Wurde draufstehen. Nein. Was willst du mich verrechnen? Oh. 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 Ja, Tropelmann. Ich ruf an wegen der Mülltrennung. Was? Fiskotiener? Tropelmann. Ich ruf an und ab in Mülltonnen, um zu gucken, ob die Bürger den Müll trennen nach DIN A5, also nach der Landesverordnung über Mülltrennung. Da war ich, da war ich. Über Mülltrennung. Über Mülltrennung. Das finde ich einfach nicht gut. Ja, mach mal. Jetzt kommt der Zwitsicht überhaupt über Stefan. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist jetzt diese Liste hier. Da ist der Weg da, Platz da, Mats da unterwegs. Ja, Stefan, warum bist du so erbost? Ja, Stefan, warum bist du so erbost? Ja, Stefan, warum bist du so erbost, Stefan? Ja, Stefan, warum bist du so erbost, Stefan? Da landest, werden wir das Krieges anfangen. Im Namen des Zuharnes und des Heiligen Geistes bete ich für eine Aufnahme in dein Reich für dieses Christenkind. Guten Tag, hier ist Francesco Alberti. Ist der Stefan da? Ja, Stefan, ich habe gerade ein neues Gebäude gefunden. Was hast du ein neues Gebäude gefunden? Ich habe... Wo bist du? Ich stehe jetzt davor, eins nur sieben Hundebande, ja? In meinem Büro. Bei deinem Büro. Ich wollte ja gar nicht hierher. Ich wollte ja in meine Garage rein. Ich habe jetzt noch eine Dachkar... Oh nein, ne? Eine Dachkarraße und Dachkarraße. Und Dachkarraße noch. Was sind? Was sind da Urlaub? Ich habe eine Dachtarraße. Ich glaube das nicht. Wie Dachtarraße? Guck hier, und da oben ist mein Helikopter. Dein Helikopter? Ich kann, ich kann, ja. Ich habe hier so einen Fall schon. Aha. Wollen wir mich nochmal? Was? Ich wusste nicht, ich habe hier... Ich habe hier... Der Computer. Den würde ich gerne wieder zurückgeben. Ich habe keinen Computer verkauft. Und die könnte ich auch meine Helikopter zurückgeben. Die... Die Rosenträter, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Ja, Stefan. Die Computer zurückgeben, ja? Keine Ahnung. Das ist doch keine große Sache. Nehmen Sie den doch einfach wieder zurück. So, ich liege da mal da, wo mein Auto steht. Wo ich... Ja. Fliege ist gut gesagt. Ich würde euch noch klatschen. Weil ich sie dem ich bin, weiter zu öffnen. Bist du denn ganz oben, oder was? Ach, geht's fliegst du, oder was? Da bist du. Ich hab's geschafft, ey, cool. 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 Oh, nächstes Garage suchen. Es sind da nicht weit zu viele. Schüch, was hast du gemacht, Stefan? Du hast eigentlich zu wenigstisch. Ne, ich dachte, du wärst nur ein Puls, aber sorry. Nein, bin ich nicht, wisst du? Da bin ich ja leider woanders gewesen. ist doch keine große sache nehmen sie den doch einfach wieder zurück ja stefan ich habe keine große sache nehmen sie den doch einfach wieder zurück warte warten sie mal ich meine 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 was ich weiß nicht mehr so Prozent meine Postadresse ja das ist die um am Norden was der Zahl ist die 15 2.000 Prozent aber sicher doch den ich über Ebay bei ihnen gekauft hatte stefan hast du denn hier über Ebay was verkauft nein fragt doch die Wahrheit aber sicher doch warum sagt er aber sicher doch nicht Alter wo steht die Kiste finde ich nicht gut ist doch keine große Sache nehmen sie den doch einfach wieder zurück ja stefan warum nimmst du nichts doch der ist der Ehremann doch der nimmt ja wohl Zeug ne aber du weißt nicht wer der jetzt ist dahinter stefan ne ich glaube du weißt schon wer ich bin du kennst dich wahrscheinlich eher aus Sektor 7G und nicht vom Telefon ich glaube du weißt schon wer ich bin ich auch nicht Chrisvoir ess und ㅋㅋ Ich Komm du weißt schon wer ich bin du weißt schon wer ich bin Wür위 Ai Ich Dies und Gute, alte Homa-Bappara. Ah, Homa-Zimps, alles färschig. Ach ja, jemand hat mich übrigens daran erinnert, dir schöne Grüße auszurichten. Danke, Homi. Weißt du, wie? Nö. Ah, du findest es sicher raus. Äh, ja, okay. Homa, warte mal, warte mal, wie heißt denn die Tochter von Homi? Die Tochter von... Nein. Der Olaf? Auf der rechts ja die Tochter von Homi. Nein. Der Olaf? Alter, ich find diese Kiste nicht. Die Kiste nicht. Tschusch. Alter, ich bin jetzt alles abgefahren, weil ich an Garage und so habe. Und hab die Kiste nicht gefunden. Tschusch. Alter, ich bin jetzt mal da, wo ich hinkomme. Ja. Ich glaube, ich bin da hingegangen. Ach, du bist dort oben bei deinem Garten, oder was? Da war ich bei, dann fahre ich die Kiste nicht mal da, wo es hinkommt. Und das ist sie irgendwo anders, dann fahre ich nicht an, ob sie an. Bist du da oben bei der Garten, oder was? Hm, nicht mehr lange. Okay, darum nicht. Auf jeden Fall die Flutchen. Ich bin da oben bei der Zugang selbst. Flugchanze. schön. und 13 ich glaube der hat so viel was entweder mit mehr oder mit weniger musst du ausprobieren was passiert weißt du noch Stefan? rein, raus, rein, raus es geht aber wo ist es nicht das ist eigentlich heiß tiefer 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 nie das gehe ich nicht frag doch erst mal die rüdiger weil der rüdiger mit meinem flieger zu tief weißt du ja was auch tiefer tiefer um mein fahrzeug ist so tief ich komme nicht mal weiter das ist so mir nicht so tief rüdiger nicht so tief mir nichts hat lieb ich bin mir nicht da weiter ich darf nicht erwischt jemand von ihm Bei mir ist die Schuster egal, weil ich hab da meine Hangar. Ich hab da auch meinen Hangar. Und da lagere ich ja meine Flugfahrzeug. Was? Der Ferrari? Nein, ich wüsste wie der heißt. Stimmt, bei Bunker bin ich noch nicht drin gefahren. Bei Bunker kannst du keine Fahrzeuge abstellen. Nur mit der Basis. Dann guck mal, bei Lifestream kannst du mir gleich mal Tipps geben. So, ich besuche aber hier. Die Rudolf. Ich muss mal versuchen das so rein. Ich muss die Kiste nach Tuning machen. Ich wüsste wie die Kiste reißt. Da steht meine Zitrone. Das passt schon mal. Ich bin Polizist, ich bleib Polizist. Weil ich mach ja nicht umsonst den Wagen da. Alter, warum? Ich weiß nicht wie der heißt. Das ist mein Problem. Es kommt an dich. Okay, ich hab was zu tun. Ich hab oben was kleines bestellt gerade. Wo hast du den Knüsch bestellt? Ach, mein Dreirad. Dreirad? Ja. Du weißt nicht wo du. Ach, mein Dreirad. Ach, mein Dreirad. Ich muss sie ganz mal zerstören. Oh, ich hab was auf hier. Danke für die Leid. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt du. Ich hab' gefolgt. Ich hab' gefolgt. Ein wunderschönen guten Abend. Vor 21 Uhr. Wie ist das? 27 Uhr. Es ist gar nicht nur lang hier. Gerade eben. Passt ja. Kann er angekommen. Oh nein, wo du weißt. Wir wagen nicht mehr lang. Wir wagen nicht mehr lang. Oh nein, wo du weißt. Wir wagen nicht mehr lang. Ich finde, ihr wollt ja auch hier rein. No. wenn du mir sagst wie das fahrzeug heißt dann kann ich es auch hin leute muss dann auch mal gucken kannst du mal ein short video machen oder wie das luchthof bleibt drinnen und guck dir mein nächsten kannst du den mal gleich mal gucken ich habe mir den ersten der umstand gleich gekauft und schwarz ich habe die farbe ist heute leute mann ich bin zu schnell getippt hat er nicht gewusst dass im gta online ein fliegendes also mit der luft da steht die Handtuch bei der Handtuch bei dieser war schau doch einfach mal leistet man meistens ich sehe ich schon das soll hier und jetzt nicht 880 das sind ja mit dem einen liefsten er auch noch nicht die Kabel ob ich aber bis jetzt nicht mehr was alles durch wird man sich die Grunde kommt ich habe hier noch ein gp 200 ich habe den er 380 und dann habe ich aber noch ein banner 900 er Co... K... Ach, wie sücht ihr die heißt. Hätte ich auch sprechen hinten. Ach, weiß nicht, oder was? Aber 380? Guck mal, ob die Tür ist. Ja, was ist hier bei mir los, ja? Bei mir schrecklich jeder, ja. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Warum stehe ich auf dem Säutschen? Und du... Warum kann ich hier nicht hier? Ich finde die Kisse nicht. Oder kommt die erst morgen? Ja, aber guck mal. Ich habe jetzt... Schon lange gewartet auf den. Ja, und ich weiß aber nicht welche... Ich wollte eigentlich nie Rache machen, aber die Garage war voll. Wo ich schwimmen wollte. Und dann weiß ich nicht, wo halt immer hin spawnt. Von mir aus, wie gesagt, ja. Ja. Ja, jetzt. so und die Bedeutung der Bedeutung der Bedeutung die Kompressen am Januar Spar auch hier also mit 880 Mordi hier in Führung vorliegen schuldig ich weiß nicht ob er hat sich mit 880 Guck mal, Alter, bei mir hier rein, Alter. Ehrlich? Fieger? Fieger, aber... Was? 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 Ich weiß nicht, was er abgestellt hat. Wie als falsches Fahrzeug? Wie das? Oha! Tschusch! Oho! Donnerwetter! Als ob das denn das wirklich explodiert hatte. Krass! Der ist eigentlich voller Mist! Was? Ja, wo sind die? Ich bin da neben meiner in der Garage. Warte, mach, 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 mach. Ich weiß nicht, wenn ihr knacken solltet, liebe Leute, schreibt mal rein und dann sowas mit ich bin ja nicht wie bitte heißt es ja ja nur karten ja da hab ich schon gesagt aber nur karten ich brauche jetzt leer nein es ist keine echte srp wir spielen einfach wo ich suche weil ich kann es ja wahr aufnehmen genau ich weiß nicht was hier los ist ähm ja morgen wie weiß ich komme ich hier so ich hab sie spät ja bis heißt gestorben ja jetzt kommt er aus dem ja morgen was macht der Officer was macht der Officer was macht der Officer ich bin an der Tankstelle was macht der denn da Leute ey ich will es mal bei mir mal sehen was der die ganze Zeit macht ey jetzt geht er hoch und der und der und der ist wieder hoch und aber ich guck mal und der wird und ich bin nicht doch irgendwo als gelandet ist in der Ruhe ich bin der Punkt mit und jetzt und an ja der der Windel in dem den PR 4 4 4 r 4 4 4 4 4 4 4 4 ich muss noch mal reingucken die Zocker bereits wohl ich hab gleich den ersten gekauft mit der Aufwärter schwebt immer noch in den Pool jetzt nicht mehr ich will einfach nur Ding gegen den Pool rein schmissen sogar den Fisch auch den Fisch kann ich nicht ich werde zurück zu den Pool ich glaube ich muss die Straße auf die Office hat erstmal die Straße mir sehr aufgeräumt was hab die Platten hier gemacht sorry ja ich weiß was machen sie denn hier was machen sie denn hier ich komm hinterher ok wir werden jetzt nicht hier mit mir reden na wat wo das sofort muss dann nämlich fahren also bitte Injection in 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 Das ist gut. Das ist gut. Hey, welcher von meinen Fähigkeiten braucht es? Ich kann nicht mit dem Essen essen, mein Freund. Okay, lasse es mit dem Lester schrecklich. So, ich zeige jetzt mal ein vernünftiges Fahrzeug. Erstmal muss ich dieses... Erstmal muss ich jetzt alle Fahrzeuge reparieren lassen. Einen wunderschönen guten Abend. Wie, guten Morgen? Was du brauchst, Boss? Ein paar Fahrzeuge? Ich kann sie hervorrufen. Hä? Hä, hab ich dich nicht gestern... Hä, hab ich dich nicht gegen gestern lustig gemacht? Wie? Wie? Na hier, ähm... Der Hansa 1 0 2 GTA 5? Eigentlich nicht, ne? Ja, doch gar nicht. Hast du? Hab ich nicht. Doch hast du, Ninco nicht. Ich hab's ja nicht lustig gemacht. nicht habe. Was macht ihr denn? So, wenn wir mal hochfahren. Hey Domi, ich bin live, ne? Ah ja. Was machst du? Ah ja. Aha, der oder was? Hier geht schon wieder los. Ja, ich mach mal das Band frei für sie. Warum nicht entspannt? Wieso liegt denn hier? So, ich komm da mal hoch. 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 Ey, will das wie maus machen? Ja, mein Schnitto. wenn ich weiß ich meine zu schien ist es zu tun er netto wolltest du nicht die kämpfe möchtest du nicht noch ein Video machen damit soll ein Video machen mich auch eins machen also okay ja was ist denn jetzt denn los ja was ist denn hier los ja es ist los warum ich hab nix ich hab doch nicht gemacht ich wurde noch nie erstickt hallo ich war hier bei Rüdiger gewesen da bin ich hier hochgefahren sind sie wieder weg und da waren die gesund ich hab hier Beweis ja oh mein braucht man das Gesundheitsamt oder was oh da hat jemand Kopfgeld da hat jemand Kopfgeld haben sie hier auch Coronavirus wenn ja dann ja was denn also ich bin kein gesund ich weiß beim Arzt ja lücken zu ihnen okay ich ja was oh 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 b oh hey hey also oh sorry 관AM Nein, nicht schlagen, Alter. Bleiben Sie bitte mal stehen. Das war jetzt nicht nett, ja? Das war nicht nett. Hallo. Hallo. Geh auseinander. Hallo. Meine Waffe ist weg. Aua. Hallo. Hallo. Stehen bleiben. Können Sie hier verfolgen oder was? Bleiben Sie stehen. Kommen Sie raus aus dem Fahrzeug. Raus aus dem Fahrzeug. Was sollte das im Fahrzeug einfach zu klauen? Entschuldigung, lieber Herr Officer. Ich habe, musste auf die Fall eine Frage, ja? Ja, was? Warum haben Sie den Gesundheitsamt überfahren? Das war außerdem, weil er von meinem Auto gerannt ist. Und ich muss sie lügen hier in der Herde. Ja, klar. Lügen Sie nicht, ne? Ich lüge nicht. Aua. 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 Lügen Sie nicht. Lügen Sie nicht. Schauen Sie wieder aus. Sonst würde ich nicht hier weiter wenden. Lügen Sie nicht, Herr Officer. Sie haben mich hier wirklich überfahren, ne? So. Warum haben Sie hier stattfasset? Okay, ich glaube. Und hol auch dazu Rechtsanwalt und dann werde ich Ihnen anzeigen, ja? Ach, weil Sie hast? ja okay dann habe ich nichts gesagt als die reparatur geht auf mein haus ja mit dem wenn sie ein schusser sehen weil ich will ein fahrzeug soik hier hier kugeln 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 überhaupt nicht mehr weit das 3,5 aha ok und ich muss jetzt da hinfahren und wie blöd ich auch ich habe da einen einsatz gekriegt ich habe keine verkehrte richtung muss ja mal irgendwo wenden da da ist der nette böse stefan schneider was ich bin doch nicht böse ja komm du bist was bist du dann machtt du hast でしょう ja doch du warst ja im ich war noch ein grentio ja und du hast du hast ja böse gewesen du hast ja den netto hier den äh die gesundheitsamt ja überfahren ja sorry der muss ja unbedingt von meiner mutteraube springen der wird queerfigur spielen dafür kann ich doch nichts der hat doch nicht gesprungen alter du hast ja einfach ihn überfahren und Punkt händ ich auch muss ja sonst ruf ich hier den Rechtsanwalt und dann kommen wir ins Gericht ja weil ich zeig dich an in der Körperverletzung und ich war schon wieder falsch an ich komme doch ich muss sogar sehen ich habe mein satz ich habe ja was gefunden leute wenn die Infektionsmittel gegen Corona Virus ich hoffe nicht da jetzt hier nichts ich habe keine Angst ich habe die Infektionsmittel gegen Corona Ausland ich habe sie immer so mein dieses mal zu ende ich gehe da mal oben ein bisschen pennen muss mein kollege mal ein bisschen was machen rüber gar nicht einen wunderschönen guten abend wünsche ich dir ich bin schon drin Oh, ich stehe hier. Oh, böse Falle. Das ist hier nicht. Ich gebe mein Pindos mal hier lang. Ich komme mal hier weiter. So, ich werde da mal ein bisschen entspannt in meinen Kinosaal. Ich habe nur einen. Rechts aber. Meiner privater. Oh, sind die Kilder mit der Fiktion da? Oh, oh. Money, 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 ich wäre so gerne Millionär, denn wäre mein Konto niemals leer. Ich wäre so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wäre so gerne Millionär, denn wäre mein Konto... Ich wäre so gerne Millionär, denn wäre mein Konto. Niemals leer, ich wäre so gerne Millionär. Millionenschwer. Millionenschwer. Oder weißt du nicht. Ja, ja, ich weiß. Hier ist 1&1. Sie haben heute Posten kriegt. Sie müssen eine Milliarde Euro nachzahlen. Ich glaube, sie bezahlen, wenn sie hier bei Lotto da spielen wollen, pro Monat. Wie war es gewesen? Mit 19,95 Euro? Ich sage mehr, wenn ich spiele, jetzt zahle ich mehr. Ja, pro Monat, ja? Ja. Oha. Weil ich eigentlich mehrere Spiele mache. Nee, weil ich mache eigentlich mehrere Spiele. Achso. Mhm. Das muss sich ja lohnen. Nee, ich mache insgesamt drei Spiele. Drei Spiele auf eine, oder was? Ja. Natürlich, eigentlich machen wir hier zwei. Oder so. Oh, shit. Was ist drei? Ach, guck mal, wer jetzt geschrieben hat, ne? Schäfer. Duber. Äh. Ja, was? Äh. Wie ist denn jetzt irgendwie in einem Grund? Wie ist ein stiller Fremdung? Ähm, ich kann ja noch was anderes geben. Ich habe noch was Besseres dafür. Warte, wo ist das? Bumbe. Ich muss mal kurz die Ehe zu machen. Jetzt muss ich mich gerade am Ehe gestürzt. Bumbe. Äh, wo ist denn das? Ach, genau. Oh, no, that's not really what I mean. I mean more the energy and the agency. Oh, my God. Man, I can't believe I almost lost everything. Oh, because they got greedy. So I won't too many computer graphics. But you know what? America's going to take you long walks with a good friend. Nix passiert. Aber es ist mir zu leise. Ich habe da noch was anderes. Was hast du denn da, Stefan? Ah, ich habe so eine schöne nette App gefunden. So eine nette App? Lass gerne ein Like, ein Abo da und dann haben wir das komplett. Und vergiss die Locken. Ich sage jetzt, Moment. Ey, was ist das denn? Lass doch gerne ein Like da. Couscous geht raus und alle. Schau mal, die auf meinen YouTube kann dabei sein. Das habe ich irgendwann mal aufgenommen. Äh, warte, Leute. Ja. Ich habe es aber abgespeichert. Aha. Na sowas. Na sowas. Ja, extra für meinen Kanal. Können wir hier was probieren? Für deinen Kanal, ja? Ich habe für meinen Kanal gemacht. Äh. Alle Riener, her auf uns zum Pupsen. Was? Was war denn? Ja, was? Ach, ja. Inhaliert jetzt halt deine Socken, oder was? Nö. Ach, ja. Alles klar. Du mit deinen Socken inhalieren. Chris inhalieren. Chris inhalieren. Chris inhalieren. Stefan inhalieren. Dreimal runter. Runter. Ach, wie man es sicherlich kennt, ne? Ja, ja. Mal hat sich die. Und dann versuchst, mich zu bannen, ja? Ich habe dich doch gar nicht gebannt. Ja, doch. Nein. Doch. 30 Sekunden hast du gebannt, ja. 30 Sekunden, oh Mann. Was für ein 30 Sekunden, Alter? Ja, das war hier, äh, 3000 Jahren, ja? Oh, ich bin jetzt leider 102. Was sind 3 Stunden, Alter? Was? Könnt ihr mit der Klappe der Karte sehen? Mal gucken, deswegen. Ja. Ich dauert noch ein bisschen. Ich habe erst noch ein bisschen verletzt. Bisschen inhaliert in den, äh, Casino, lieber Netto. Da musst du aufpassen, ne? Der trägt sich auch bei, nebenbei, Coronavirus, ne? Das stimmt ja gar nicht. So, es reicht schon, ich habe reich als Officer. Alter, der Officer ist immer noch gleich blau. Rest Alkohol von gestern noch drin. Ab zum Casino runter. Ich habe schon, ich habe schon. Aber Coronavirus? Ich bin für heute schon durch. Mit Kaffeetasse? Guten Morgen, guten Morgen, liebe Sorge, habt ihr auch so gut geschlafen? Nein, ist ja alles klar. Nein. Guten Morgen, meine liebe Entchen, habt ihr auch so gut geschlafen? Nein, ist ja alles klar. Nein, Stefan, nein. Ach, was nein? So, ich bin draußen. Sie haben mich geschubst. Sie haben mich geschubst. Ey, das ist der KW, haben wir mal vorbeigerauscht. So, jetzt komme ich mit dieser Ente raus. Ich bin geimpft. Nein, der wurde nicht geimpft. Ja. Mir egal, ich habe noch keinen Dienst. Ich muss jetzt in die Zentrale fahren und mich anwenden. Hui. Jetzt fliege ich aber hier schon wieder weg. Äh. Berlin. Nein, ich mache hier Spanner über Lehm. Nein, ich bin hier Spanner über Lehm. Hoops. Kann man auf dem Geweig hier auffahren, ja? Gut. Hm. Oh, hell no! Oh Gott! Ja, der verfolgt ja einen Hopf auf dem GPS. Ich habe Eye-Tracker an. Und die wissen ja davon nicht. Nein, ich bin hier mal auf dem Weg. Oh Gott, ich bin hier şey. Ich kann nicht da. Aber da ist alles. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hier habe ich da ab. Oh, das ist es. 4 der Läger ich habe die Steffi jetzt habe ich ja vor der Koppel auf dem Weg gut Prozent die ja ich bin die 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 nicht die 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 so weiter ich finde ich bin mit vielen wir haben mit sie her dass er auch dabei nicht stehen der KW mit ein der KW hier hochfahren die Hälfte die Hälfte ich muss so dass mein Auto war aber nicht genau die Wünsche abnaben ich will aber den Leben es hat in der Regelung erhältlich ist ein Fünftes und ich komme ich komme guter Stiebe in den Limousinen er gibt es nicht dann weiß ich nicht Köln der Wachstuhl ja ich brauche Hilfe ich muss mein Fahrzeug und die Fahrt war nicht mal nicht nicht so war es Spanner Berlin was machen sie denn die die nicht ich weiß was macht die denn da so wollen jetzt da ist mein Fahrzeug ich tue mir den Mini Cupra warte mal auf, da hast du den Mini-Skill von deinen Spielen, weißt du? Nein ich wollte die Küste Stefan Nein Stolik ist als du noch nicht gemacht worden bist Was? weil die Molle passt ist auch verboten die Molle die Fahrzeuge und ne ne, ich hab von meinen Freunde da bekommen die gewohntete Fahrzeuge das war eigentlich auch nicht an den meisten, ja aber trotzdem, ich wurde noch nicht gebannt Leid zu kriegen hab ja meine Kollegin gefragt, aber ihr wurde auch nicht gebannt sogar vor einer Woche noch nicht Achso, äh, ich muss ja mal auch noch zum Muni ranfahren, ja? ja, ich muss mir die Zone holen Uni? ok dann können wir mal zur Uni Nein Was? Ui! 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 Da sind sie da, nicht? Ja, ja, ich weiß Was? Haben sie? Oh, ich soll nicht hier rein laufen Oh, das ist ihre Schrott, Karol das ist da drin Ja Ach, du fein, trinkt wie das aussieht dein Beifahrertür ist offen, ne? Ich weiß Wann da einsteigen Wann da einsteigen, was? Wann da einsteigen? Wann da einsteigen? ich bin ich bin die letzte Schwester anrufen, ja? Meine letzte Schwester anrufen, sagt? Ach, deine Freundin, ja? Ja, meine, meine Kumpeline Deine Freundin, ja? Deine Freundin, ja? Und, wie geht's deine letzte Schwester? Keine Ahnung. Äh, Chris? Komm, sieh mal kurz mitgefahren. Ja, ich bin da. Ja, ich muss gleich mal hinterher fahren. Ich muss immer zum Waffenladen. Paar Muni holen und dann muss ich meinen großen LKW holen. Frech, wir nehmen? Ja, auf, ich rutsche hier nur noch. Du rutscht? Ja, der war so, meinst du hier? Ach, meinst du nicht? Hier oder was? Okay. Äh, Chris, guck mal, wie ich eingepackt habe. Ich geh auf der Backpack. Mann, warum kann ich nicht mit meinen Pfalz und nicht hoch? Ich geh auf der Backpack und ich rutsche die Scheine. Die schreibst du mal kurz dran und machst es los? Und das ist nichts zu lassen. Kann ich jetzt nicht wo? Äh, für dich, die ist voll. Ah, die ist nicht voll? Schade. Ich bin jetzt beim Muni kaufen. Nein! Ich hab eindeutig zu viel Muni verballert fast bei jeder Waffe. Stefan, was hab ich sie gemacht? Ich kauf Muni. Ich seh nichts, was du draussen machst. Oh, meine Minigang ist auch leer? Ja, Stefan, bitte keine Minigang. Ich füll erstmal alles bis auf. Ja, Stefan. Meine Raketenwerfer müssen aufgefüllt werden. Ich hör Kops. Das macht mir Angst. Ja. Danke, das war alles. Ich hör auf. Das war ein kleines Fahrzeug. Ich weiß nicht, was das hier los ist. Was wurde mit meinem Fahrzeug gemacht? Keine Ahnung. War da hast du deine Ticken eine Haftung gemischt oder so? Keine Ahnung. Oh, schön. Ich hab mal kein Fahrzeug. die da sind die mich nicht vorhanden abhängig ist nicht so wenn man gerade die von uns nicht ich weiß nicht das ist nicht aber holen b was ist denn hier los stefan ich weiß nicht das war der Stefan gewesen. Ich will fast da unten. Lass mich die Ruhe. Stefan, ich freue mich da über jeden Fall. Kann aber nicht. Das ist ein EKB holen. Das ist ein EKB. Sorry. Sorry. Ach, mein Stefan. Ich bin von der Bank weg. Ich bin von der Bank weg. Ich weiß nicht, was da hier los ist. Ich weiß nicht, was da hier los ist. Was ist das? Ich hab da immer mal los. Was ist das? Stay in the Light. 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 You see the two we have to, we have to spalt die two of them. See in the Light. keine Ahnung was Nettow ist, ich höre ihn auch nicht Nettotv bist du noch da? Hallihallömechen, Popölchen, bist du noch da? Alter, wieder hier. Richtig. Ich bin normaler Pop, ich war wusste gar nicht mehr was heute. Ich glaube gleich hier. Oh nein. Okay. Alter, habe ich doppelt. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Es läuft. Was ist hier wieder los? Was ist hier wieder los? Ich bin krani. So dich ja mal hier nicht? Ja. Was? Eine Löhne. Steine Leid. Was ist hier? Keine Leid. so ich hole meinen hysterischen wagen raus Mouth me? Was geht ab 2019, was geht ab 2020, ah shit, ich hab mich total beschissen an, warum hab ich doch betonen, kauf dir mal ein anderes Headset bitte, du, ich will mich nicht damit anhören, ich auch nicht, soll ein netter Schnee oder was, hier liegt es aber auch nicht, blätter Schnee, Stefan, ich muss mal was dazu sagen, oder lesen, kurz mal aus meinem Livestream, ne, also, so, es wird jetzt Konsequenzen haben, dass ich ja nicht bei ihm reinschreiben kann, er wird es merken, wenn es sein Stream zerstört wird, und weißt du schon, von wem es ist, oder? Ja, ja, ich weiß schon, gut, von Kanzer, tja, jetzt wirst du, ne, hier nicht, so, jetzt will ich mal hier unten, so, so, ab, so, und der Geschoss. So, wo ist mein Fahrzeug, mein militärisches Fahrzeug? Wie ist das denn nicht? Da, ohne, da, ohne, da hab ich, da ist er ja, so, Sondereinsatz ausgestattet. Sonderfahrzeug ist unterwegs. Welches Sonderfahrzeug hast du denn ausgewählt? Wie bist du, Stefan? Da bist du? Lohn. Dauern müssen wir da bin, aber wir unterwegs. Okay, dann treffen wir mal, uns mal hier in der hier bei meinem Apartment. So. Wie beim Krautüberfall, wie im Kashi-Muji, gut. Kashi-Muji, sei nass. Kashi-Muji, ist nicht mehr so lange, ich bin schon fast da. Kashi-Muji, lass auf. Kashi-Muji, ist unterwegs. Kashi-Muji, ist unterwegs. Gut, alles klar. Spanau Berlin, bitte kommen. Ja, ich bin schon unterwegs. Berlin, Spanau hört. wir bräuchten mal einmal bankraumüberfall bei der bundesalli an der hollywoodstraße mit zusätzlichen es egal ausrüstung rücken auch dazu raus bitte gut alles klar habe ich hier verstanden in der ober zufrieden die sklau und die die und du willst mich hier bei dem Einzelort sie betrifft nichts mehr die vorgebracht man machen das ist ja wichtig nein ich komme mal näher ran komm bei mir komm hier bei mir genau wichtig genau komm einfach zu mir am besten und dann versprechen wir warten wir auf die Zeit ab wir müssen mal privat abquatschen ja müssen wir mal privat abquatschen nicht nur noch privat abquatschen Ah, hier so, wo bist du, Tashimori? Was passt denn da? Was passt denn da? Ach, kommst du ernsthaft mit dem hier LKW? Ja. Nein, nicht da. Warum fährst du da hin? Ich folge auf mein Navi, was mein Navi sagt. Du folgst einfach zur Richtung zur Bank, ne? Genau. Nein. Ich muss jetzt mal aus der Engen Gasse raus, ja? Und dann kann ich immer noch gucken. Und wo ist das? Genau. Ja. Ich war... Ja. Ich habe mich auch geküsst. Ja, wo du nicht weißt. Ja, Mensch, Stefanie. Ja, es ist das, was ich schädlich? Ja. 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 fokus wir gleich da Don't hit me! What the hell is going on? That ain't good! Brace them now, motherfucker! You looking to get fired on or get you checking in for me? You gonna get laid, don't you? What the hell is going on? Jush! He's already there! Okay. All right. It's like... 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 Come on, come on, please! Yes, of course! So, you heard of that in Hollywood Street... ... there was a bankraub-overfall. Yeah, I know. Okay. So, we're going to take a look at it. There's a bankraub-overfall in the bankraub. Yes, I know. And we're going to take a look at it. Hey, what's up? Well, how can I help you? Hey, I think this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. But now we're going to take a look at it. So, here on the card can I show you... So, on the card... because the plan A... ... is the plan A. We're going to park the bank... ... very normal. And also the information... ... and tell them about it. And if we really... ... behind it... ... or ask something... ... then let's start with the further steps. Yes. We want to do it. wollen so ich habe auch hier die sekretärin auch gefragt aber aber doch keine weitere info gleich wollen wir etwas geld oder von ihr abbuchen nach wallace fliegen aber noch weitere informationen kann man leider nicht mehr sagen okay ich muss jetzt mal ein bisschen auflöpfen ja also ich habe fast nichts mehr okay dann macht das auf jeden fall bevor sie sterben ja so gut bist du bereit bescheid ja ja ich weiß ich weiß schon ich war dann mit meinem wussten was man da hin okay alles klar das ist was da machen Ja. 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 Wir kommen schon bis... O, was ist denn hier irgendjemand? Oh ja, ich bin hier nicht hier. Okay. der hänger hängt oh nein jetzt nicht mehr ich wollte mal die Straße und ich hab mich nicht mehr ich finde ja wohl jemand der wollte Oh! Okay, der muss auch einen Sturm. Okay. Ja. Ah! Chris, wo bleibst du? ich bin hinter dir ja ich muss den parker zu mir auch hat sich stimmen mal am alt hallo hier spricht die polizei bitte lassen sie bitte ihre geise frei und lassen sie sie fallen los nicht hat sich die 1 2 3 4 5 6 7 8 Fahrzeuge vor allem kommt wieder oben heraus ja ja wir sehen 5 sie bleiben als sicherheit markiert ok ok Wurzeln aber 4 20 Stunden Zeit dafür so und Kollege Kollege will er sehen gut müssen ich die Verfahrt die Prozent der Kollege sie müssen ja wieder mal das alles um einigen ja ich kann hier nicht weg ich muss sie besorgen wird und mein gut hier mit Mainz die Gäste bei dieser Kälte unterhalten wird uns anrufen und die Mietje da habe ich die Lkw als Absperrung benehmen die Lkw als Absperrung nehmen danke gut alles da ich bin nun unterwegs ja ich weiß jetzt so hier er hat sich die zu meiner Sekretär wo ich möchte ich noch in Lkw um die andere Seite abzusperren ich hab so eine Rettungswagen blockiert Alter wie sieht das denn hier aus Alter guck erstellt mal an was für Chaos ich gehe über 100 da hoch ich kann jetzt nicht sehen weiß ich nicht darf ich mal kurz in die Bank gehen mein Geld entzahlen ich kann das auch ich kann das auch ja genau 1 Mio oder habe genau und wir bräuchten auch an den Tatort bitte eine Helikopter bitte mit ein Ticket nach Los Angeles genau mit dem ständigen wie lange dauert es eine stunde dann kann es ja noch schnell ich mache da wohl ein bisschen Spaß er hat schon eine Reihe mit der Platte ich muss mich verstecken Ich habe mich noch mal hier in die Ecke. So, ich habe jetzt einen Helikopter bestellt. Und auch ein Pfeil. Ich habe mich noch mal gewusst, dass ich hier weg ist. Ich bin schon dabei. Hey da, was kann ich dir helfen? Keine Probleme, ich werde ihn aus der Rückseite bringen. Das ist ja alles blockiert. So, Herr Officer, Sie haben alles engagiert. Wo sind Sie denn? Ja, ich bin bei dem Hauptfakt hier. Okay. Okay, gut. Alles klar. Dann packe ich hier jetzt meinen Transporter rein. Und dann... Und dann... Ja, dann gehe mein EKB mittlerweile schon frei. Und alles klar. Ja. So. Weil ich hier schon bin ich halt gut. Alles klar. Tschetschkowski. So, ich mache jetzt auf den Weg. Jetzt muss ich mal ein bisschen markieren. Da. Und dann gehe ich hin. Und dann gehe ich hin. Oh mein Gott. Und dann gehe ich hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist alles dicht. Weis ich doch nicht. Die dauert nicht mehr so lange. Warte mal, eigentlich bräuchte ich ja, wo ist mich da so... Der steht so und müsste ich ja irgendwie... Warte mal die Zeit ab, wenn er nicht fertig ist. Oh, der ist schon da. Er liegt der von meinem Typ auf der Straße. So, ich würde mal hier auch müssen freimachen schon, wenn sie was zurück wollen. Ah, nee, Fazit kann ich verlassen. Ich brauche mal die Fazit wahrlassen. So, so euch hier. Okay. Okay. Ah, okay. So. Gut. Aber kannst du auch da hier rein? Winsch du. Ja. Okay. Okay. Das kann ich helfen. Ich muss jetzt mal nicht 30 Minuten sperren. Wie das hier aussieht. Wie das hier aussieht. So. Spanau Berlin wiederkommen. Ja, was los? Also, ich verfolge hier den, hier den, äh, der Bankhof, also die Täter hinterher, zur Richtung, zur, äh, Landerplatz. Ja, klar. Ich komme schon in, zur Richtung, zur, zur, zur. Jetzt aber weiß man, kommt in eine Richtung. Ja. Ja, da ist ja, so schont... Ja. Ja, ja, ja. 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 Okay. Ich weiß es nicht so, ich weiß es nicht. Wohlzeit bleiben Sie stehen! Wohlzeit bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben. Hände hoch! Hände hoch! Stehen bleiben. es ist nicht mit Fakti Alter, wo seid ihr? Oh, Alter Alter Nee, weil der LKW so langsam ist, weißt du? Ich fahre da hin wie möglich Warum kostet mir den LKW und nicht mit dem kleinen Transporter alle? Nein Alter, jetzt hink ich Boah, der gleiche ist Isch Wir sind Zwickler Wird die Straße stehen bleiben wenn sie aus in der Ruhr sich nie die Zeit stehen bleiben Stehen bleiben! Stehen bleiben! Wollen Sie nicht hier weiter? 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 Werner Kollegen hat ein Problem mit dem LKW? Wollen Sie nicht hier weiter? Stehen bleiben, Polizei! Spano Berlin, bitte kommen! Spano Berlin, bitte kommen! Ja, ich bin unterwegs wie Ihnen! Der Täter! Spano Berlin! 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 ich bin fast da halten sie durch ich bin fast da der täter ist in der gebäude ich würde der kollege ist in dem gebäude Welches Gebäude? In diesem Gebäude! Wie sind die Gebäude? Wir sind jetzt in der Gebäude drin. Komm, wir müssen weiter durch. Uff! Wir müssen weiter durch. Uff! 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 So, wir müssen weiter durchsuchen. Auf jeden Fall. Ich bin schon dabei. Da sind einer rennt vor mir weg. Ich gehe all am Flur lang. Ich bin schon auf dem Dach. Ich bin sicher. Guck mal hin. Rechts, ich gucke links. Okay. So. Ich bin sicher. Okay. Ich bin hier. ich bin jetzt wieder draußen hier ist draußen, ich bin ja auch schon gut oh hier 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 Oof. ich habe eine Idee ich bin da uff was machst du? warum brennt die Maschine? die brauchen Helikopter war mit Jumi Kachel was machst du? Chris, nehmen Sie mal bitte fest, ich kümmere mich um den anderen ok Polizei, Hände hoch Polizei, steigen Sie aus und Hände hoch setzten Hände hoch steigen Sie jetzt aus dem Fahrzeug aus und fallen Hände hoch auf die Bohnen hinlegen Sie sind jetzt gehaftet Sie kommen jetzt auf der Wache mit doch doch Sie kommen jetzt zum Wachen Sie kommen jetzt Sie kommen jetzt und Sie kommen jetzt mit wir gehen rauf überfall es wir haben ja rauf überfall gemacht an der hollywoodstraße stehen bleiben doch das kann ja sein wir wollen wir wollen wir wollen jetzt haben wir hier Probleme wieso weil der Geisel wurde gestorben bei dem Tatort doch aber das war nicht nur das echten Geld das war der Falschgeld das war Falschgeld Nein Waffe runterlassen Waffe runter Waffe runter Alter Tja Weißt du wie ich jetzt in die Spot bin? Ich habe keine Ahnung ob ich jetzt rein gelaufen kommen kann auf das Gelände da ist mit so groß Ja Sie ist live live Die sind festgenommen Ab in meinen LKW rein Gebt schon wieder ab Peter Ab in meinen LKW alle Beine festgenommen Wenn sie jetzt einsteigen werden sie sofort getötet Sie kommen sofort zu mir Sie werden sofort getötet Sofort In meinen großen LKW reinsteigen Sofort Und der Chris Chris fahr hinterher und hol ihn dir Und du fällst du den Täter Steigen sie bitte jetzt so ganz schnell in meinen LKW ein Aber zacki Sonst muss ich Gewalt anwenden Ab im LKW Nein Ab zu meinem LKW Nein Ab zu meinem LKW Ich habe gewarnt Ab in den Kopf Ab in den Kopf auf dem LKW Was ist es? Ab in den Kopf Ab in den Kopf und auf dem Kopf oder auf dem Kopf gut Geht Ab in den Kopf schnell Und zu meinem LKW Nein, ab in meinen LKW. Da können sie sich hinsetzen, wie sie wollen. Aber bin ich dich jetzt auch seitdem ich getroffen, Chris? Ja. Scheiße. Stimmt. Ich bin mich getroffen. Du sollst eigentlich nicht. Ich werde eigentlich einen anderen Kollegen treffen. Sorry. Oh, Mann. Okay, der andere ist aber auch mit Rian. Ich habe einen festgenommen. Siehte, was gerade geht. Aber das ist mitbn Mix bei Reinkumens. Ab in mein LKW. Zu Shermer. Hm. Ab in mein LKW. Warte mal, ich muss jetzt mal noch was schnell einstehen. Einsteht. Ab in mein LKW eigentlich, ja, was machen Sie da? Ich bin mit seinem Lieben. Darf ich jetzt auch anders machen? Ich bin mit dem LKW. 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 LKW. Ich bin mit dem LKW. LKW. Ich bin mit dem 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 LKW.